Kommunismus als Ziel ausgegeben hat und dann später sich sozusagen, wenn man so wie rückwärtsgewandt an der BAD der 50er Jahre orientiert. Also genau dagegen, was du als letztes gesagt hast, Marian, hat Wagenknecht tatsächlich auch eine Lösung vorgeschlagen. Warum soll jetzt SPSW ausgerechnet das schaffen, woran jetzt diese ganzen anderen linksreformistischen Kräfte gescheitert sind und dass sie jetzt den Sozialstaat retten? Wir wollen gar keine Repräsentation und brauchen die auch nicht, weil wir einfach selber für unsere Interessen einstehen. Das zeigt, glaube ich, nochmal deutlich auf den Punkt gebracht, was eigentlich der Unterschied zwischen unserer Perspektive und der von BSW ist. Tag auch! Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Als ich 2010 als übermüdeter 13-Jähriger mit meinem eigenen ersten Rechner nach der Schule ein, zwei Stunden im Internet verbrachte, bevor ich wieder rausging, zu den Freunden, die schon an den U-Bahn-Stationen und Innenhöfen der Wohnblocks warteten, führte mein Weg, manchmal auf Miniclip, mein Video, aber immer irgendwann auf YouTube. Diesen neuen Giganten der Online-Unterhaltung. Und auch, wenn es meist Minecraft-Tutorials, kurze Clips oder die wenigen hochwertigen Produktionen waren, die ich schaute, und so nostalgisch mir, dass heute alles wirkt, wurde mir zu der Zeit klar, die Welt war weder in meinem Alltag noch im Allgemeinen irgendwie in Ordnung. Und passenderweise spülte mir der allwissende Algorithmus Reden in mein Blickfeld. Reden aus einem Gebäude mit Menschen im Publikum, die ich nur aus wütenden Tiraden meiner Familie gegen die da oben kannte. Doch die Reden im Reichstag von einer Partei waren anders als das, was ich aus der Aversion meiner Familie erwartet habe. Passionierte Politiker, die dem demokratischen Duckmäusertum im Namen des Volkes die Leviten lesen. Politik, die auch, wenn sie komplexe Probleme ihrer historischen Ursachen ansprach, mir diese schon damals verständlich machen konnten. Die Imperialismus ansprachen, radikale Umverteilung von oben nach unten forderten und zumindest im Verständnis meines zarten 13-jährigen Geistes eine wirklich gerechte Welt errichten wollten. Diese Partei war die Linke und eine ihrer beeindruckendsten Rednerin für mich, Sarah Wagenknecht. Wer in diesem Jahr, 2010, geboren wurde, wird heute mit 13 Jahren eine ganz andere Politikerin. Mit anderen Reden und anderen Forderungen in einer anderen, einer eigenen Partei vorfinden. Doch was würde dieses Kind kurz vor der Jugend wohl für seinen politischen Weg daraus ziehen? Würde es wie ich sich sozialistisch einlesen, von einem kommunistischen Königreich des Himmels auf Erden träumen und seine kindlichen utopischen Träumereien schnell in realpolitischer Resignation für einige Jahre versanden lassen? Sich aber schwören, sobald man alt genug ist, immerhin die Partei Die Linke zu wählen? Oder würde es einen ganz anderen Weg einschlagen? Sich bestätigt sehen in der Wut gegen die selbstgerechten linksliberalen Witchkits südlich der Autobahn, die dich in ihren schicken Häusern mit Gärten nun nicht mehr wegen Kleidung wie damals, sondern wegen fehlendem Klimabewusstsein auslachen. Seine Vorbehalte gegenüber den ganzen Ausländern in der Straße und auf der Schule bestätigt sehen und statt radikaler Umverteilung, radikale Stärkung der guten deutschen Industrie fordern. Wenn wir den liberalen Massenmedien und linksradikalen Wagenknechtkritikern Glauben schenken, mausert sich schließlich unter der ehemaligen Sozialistin eine neue Partei, die das Schlechteste von links und rechts vereint, um eine Alternative zur AfD und dem restlichen demokratischen Deutschland zu bieten. Was hat es also mit dieser Frau, ihrem Werdegang und ihrer Partei auf sich? Ist sie pro-russisch oder anti-imperialistisch? Sozialistisch, ordoliberal, faschistoid oder klassisch sozialdemokratisch? Wird gerade in Zeiten des massiven Rechtsruck die Partei aufgebaut, die als Bündnispartner den Brandmauerfall zur AfD einläuten oder der einzige effektive parlamentarische Schutzwall gegen sie sein wird? Und vor allem, was bedeutet diese neue politische Kraft für uns als revolutionäre Bewegung? Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Alfred Masur, der in gewohnter Weise diese Partei im Aufbau und ihre Namenspatronin Sarah Wagenknecht genauer unter die Lupe genommen hat. in unserer 115. Folge über das Bündnis Sarah Wagenknecht. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch, wieder bei euch zu sein. Ja, und lieber Alfred, es ist ja jetzt schon das dritte Mal, dass du bei uns bist. So häufig wie kein anderer Gast ist dir diese kleine Ehre zuteil geworden. Ist mir eine Ehre, ja. Dieses Mal ist es ja auch ein Thema, wo du, wie auch bei den Themen zuvor eigentlich, wieder einen spannenden Text verfasst hast. Und zwar sind wir nochmal darauf aufmerksam geworden, das mit dir zusammen zu machen, weil du auf anarchismus.de auch eine Analyse zu der neuen Partei von Sarah Wagenknecht veröffentlicht hast. Und wir wollen heute dann nochmal tiefer reinblicken. Wir hatten ja auch schon bei uns einen Livestream gemacht zum Ende der Linken, wo wir auch ein bisschen über das Bündnis Sarah Wagenknecht, ich kürze jetzt mal einfach BSW ab, dann können wir das für den Rest der Zeit auch so handhaben und haben mehr Sprechzeit. Haben wir ja auch schon ein bisschen über das BSW gesprochen, aber eben nur am Rande mehr über die Linke selbst. Und jetzt wollen wir dem Ganzen nochmal richtig Raum einräumen und da ein bisschen tiefer reingehen. Und wir tun das anhand der folgenden Punkte. Und zwar zuerst werden wir über Wagenknechts politischen Werdegang sprechen, im Anschluss dann über die aktuelle politische Situation, in der das BSW entsteht. Wir gehen dann über in das Programm des BSW, eine kurze Zusammenfassung dessen, um anschließend dieses Programm genauer zu kommentieren, anhand der Wirtschaftspolitik, der Friedenspolitik, der Sozialpolitik, sowie der Migrationspolitik, sowie über die Wiederherstellung des Meinungspluralismus. Ja, in dem Sinne, lass uns doch sofort loslegen und sprechen wir über Sarah Wagenknecht. Was irgendwie ein bisschen skurril ist auch, wenn man über eine Partei redet, aber wenn man eine Partei schon nach einer Person benennt, dann muss man sich auch genauer mit dieser Person beschäftigen, um sie zu verstehen. Ja, das ist richtig. Und ich fand das also schon mal sehr interessant, Joshua, wie du da in der Zeit zurückgegangen bist und auf das Jahr 2013, glaube ich, zurückgeblickt hast und wie du damals eben Sarah Wagenknecht wahrgenommen hast und wie sie sich bis heute entwickelt hat. Und ich denke, es ist sinnvoll jetzt nochmal ein ganzes Stück weiter in der Vergangenheit zurückzugehen, um ihren Werdegang zu verstehen. Also Sarah Wagenknecht ist ja bekanntlich aus der DDR, ist in Jena geboren und hat 1988 ihr Abi gemacht in Berlin, also ein Jahr vor dem Mauerfall und ist dann im Jahr 1989 in die SED eingetreten, also im selben Jahr, wo eigentlich der Großteil der anderen Mitglieder ausgetreten ist und hat selbst gesagt, sie möchte quasi den Untergang des damaligen realen Sozialismus aufhalten beziehungsweise als das dann klar war, dass das nicht mehr zu retten ist, quasi zu einer Erneuerung dieses realen Sozialismus beitragen. Und sie stellt sich sozusagen klar in so eine marxistisch-leninistische Tradition damit, hat aber neben ganz viel Marx auch die bürgerliche Aufklärung und Philosophie und Literatur also genau studiert. Sie hat sich mit Hegel, Kant, Goethe und so weiter umfassend auseinandergesetzt und ich glaube, das ist auch nicht untypisch für die damalige Zeit und also marxistisch-leninistische Intellektuelle in der DDR, die sich ja auch quasi als so eine Art Erben des klassischen Bildungsbürgertums beziehungsweise der deutschen Klassik gesehen haben. Und aus so einer Tradition kommt sie eben. Sie ist dann in die PDS eingetreten und hat dort also auch schnell wichtige Ämter übernommen, war im Bundesvorstand, war dann später als Abgeordnete im Europaparlament, im Bundestag und auch stellvertretende Parteivorsitzende. Und sie hat in der PDS und auch später in der Linkspartei eigentlich immer sich dem linken Flügel zugerechnet. Von 1991 bis 2010 war sie Mitglied der kommunistischen Plattform. Diese kommunistische Orientierung hat sich dann so um das Jahr 2010 herum so langsam zu wandeln begonnen. Allmählich hat sie sich sozusagen vom Sozialismus abgewandt und einer sozialen Marktwirtschaft zugewandt, so wie man sie in den 50er bis 70er Jahren in der WAD in Westdeutschland vorgefunden hat und dann solche Theoretiker wie Werner Eucken, also die sich als Ordo-Liberale verstehen hat, waren dann ein wichtiger Bezugspunkt für sie. Also sie war dann für eine Privatwirtschaft, aber dafür, dass also große Monopole entflochten werden und dass dadurch wieder echter Wettbewerb möglich ist und Innovationen entstehen können, aber auch eben einen starken Sozialstaat. Also quasi so das Bild der alten BRD von knapp 1950er bis 1970er Jahre. Und dann kann man ja sagen, also dass zum einen in dieser Zeit schon ein deutlicher Bruch zu sehen ist, also dass sie zunächst mal die klassenlose Weltgesellschaft den Kommunismus als Ziel ausgegeben hat und dann später sich sozusagen, wenn man so will, rückwärtsgewandt an der BRD der 50er Jahre orientiert. Das ist ja schon ein deutlicher Wandel. Aber auf der anderen Seite finde ich interessant, dass wenn man genauer hinschaut, dass es da auch erstaunliche Kontinuitäten gibt von ihrer frühen Phase und der späteren Wagenknecht. Also zum einen ist es ja so, dass sie nicht einfach nur die DDR wiederhaben wollte, sondern dass sie sich eigentlich auf eine ganz bestimmte Phase in der DDR positiv bezogen hat. Und das war nämlich das sogenannte neue ökonomische System, was also Walter Ulbricht in den 1960er Jahren verfochten hat. Und Ulbricht hatte damals die Diagnose, dass also der Sozialismus nur dann überleben kann, wenn er den Westen also technologisch überholt. Um das voranzutreiben, hat er also auf eine stärkere Eigenständigkeit der Betriebe gesetzt. Die konnten dann einen Teil ihrer Gewinne selber behalten und selber darüber verfügen, wie die investiert werden. Und es wurden auch stärkere Leistungsdifferenzierungen bei der Entlohnung eingeführt. Kurz gesagt, also es kamen gewisse Marktelemente in die Planwirtschaft hinein. Und genau das also fand Wagenknecht gut. Ziel von Ulbricht war damals vor allem also die Förderung der Mikroelektronik, also die Vorläufer dessen, was heute Digitalisierung genannt werden würde. Und da hat er eben das Ziel gehabt, dass die DDR dort Weltmarktführer werden sollte und quasi dadurch eine Strahlkraft entwickeln, um den Sozialismus wirklich auch gegenüber der westlichen Konkurrenz voranzubringen. Und da haben wir schon eine erste Kontinuität. Also das ist ja damals eigentlich auch um eine Mischung von staatlicher Planung einerseits und solchen Marktelementen andererseits ging. Und auch heute, wenn Wagenknecht also dann so eine soziale Marktwirtschaft vertritt, ist das ja eigentlich auch so, dass es also einen starken Staat, der in die Wirtschaft eingreift, geben soll. Aber andererseits eben diese privatwirtschaftliche Initiative. Und natürlich haben sich da die Gewichte stark verschoben. Also der Staat hat heute eine wesentlich geringere Rolle, wie jetzt das Unterwalter Ulbricht gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es da, denke ich, eine Kontinuität. Und dann die zweite Kontinuität ist auch recht interessant. Also wenn man sich jetzt eben anschaut in dieser Vision von dem Ulbricht, wer ist da eigentlich der Akteur des gesellschaftlichen Fortschritts und der Befreiung? Und es ist ja nicht, wie man vielleicht vom Marxismus erwarten könnte, die Arbeiterklasse und ihre Selbstorganisation, sondern es ist der Staat, der also über den Klassen schwebt und der durch geschickte Planung und Organisation sozusagen die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte irgendwie lenkt und dadurch den Fortschritt herbeizuführen versucht. Und also Peter Hacks, das war ein wichtiger Dichter aus der DDR, an dem sich Wagenknecht zeitweise auch stark orientiert hat. Und der vergleicht eben diesen Ulbrichtschen Sozialismus mit dem Absolutismus, also mit dem absolutistischen Königtum. Und das hat er nicht als Kritik, sondern als Lob gemeint. Also er sagt, dass Ulbricht sozusagen ein Wiedergänger von Friedrich II. von Preußen oder von Katharina der Großen von Russland ist, die quasi auch sozusagen als aufgeklärte Monarchen versucht haben, von oben, von Staats wegen, den Fortschritt der Gesellschaft voranzutreiben. Das passt doch irgendwie. Also ich finde schon, dass Walter Ulbricht so Monarchen-Vibes hatte. Also so skurrile deutsche Monarchen-Vibes, aber schon. Ja, und das ist ja tatsächlich etwas, was also sich dann bei Wagenknecht auch durchzieht. Also auch wenn man sich jetzt ihr heutiges Programm anschaut, dann ist da auch viel davon die Rede, dass man sozusagen die Lage der sozial Benachteiligten, der Lohnarbeitenden Bevölkerung verbessern möchte. Aber es geht ja niemals darum, dass jetzt diese Lohnarbeitenden sich selbst organisieren und selber irgendwie versuchen, ihre Lage zu verbessern. Sondern es ist immer so, dass es eben eine staatliche Bürokratie oder die Regierung gibt, die halt da irgendwie für Verbesserung sorgen soll. Und deswegen würde ich sagen, dass also einerseits natürlich Wagenknecht sich im Laufe ihres politischen Werdegangs stark gewandelt hat. Wahrscheinlich auch nochmal von 2013 bis jetzt 2023. Das können wir uns dann ja nochmal genauer anschauen. Aber dass sie trotzdem daneben auch sich treu geblieben ist und bestimmte Elemente sich durchziehen. Und gerade dieses Element mit diesem Befreiung von oben zu denken, da haben wir auch schon einen sehr großen Kritikpunkt oder Gegensatz, als wo wir jetzt als anarchistische Kommunisten quasi sagen würden, das ist verkehrt und da haben wir einen ganz anderen Ansatz. Du hast ja gerade schon angemerkt, dass es den Wandel bei Wagenknecht weg von einem traditionellen Marxismus-Leninismus, einer Bezugnahme auf eine bestimmte Phase der DDR-Wirtschaftspolitik, hin zu einer klassischen sozialen Marktwirtschaft, so im bundesdeutschen Sinne gab. Ist das auch was, weil wir werden ja auch sicherlich noch dazu kommen, das ist ja auch das, was immer sehr stark beleuchtet wurde jetzt bei Sarah Wagenknecht, der Konflikt zu der Partei Die Linke. Ist das denn ein Werdegang in ihrer politischen Haltung, den du auch in der Partei selber sehen wirst? Oder ist sie da schon in Konflikt mit politischen Positionen innerhalb der Partei Die Linke geraten? Weil zumindest ich hatte das auch mal so ein bisschen wahrgenommen, dass in der gleichen Zeit auch die Partei Die Linke weg von vielen traditionellen marxistischen Positionen, auch von einer sozialistischen Grundhaltung mehr zu, sagen wir mal, so einer klassischen linken Sozialdemokratie und so einer modernen linken europäischen Partei gegangen ist, wie wir sie heute kennen. Es gibt auf jeden Fall auch parallel quasi einen Wandel von der PDS beziehungsweise der Linkspartei. Allerdings setzt er zum einen früher ein und zum anderen geht er auch ein bisschen in eine andere Richtung. Wagenknecht hat das eigentlich schon Anfang der 90er Jahre kritisiert, dass die PDS ihr zu sehr in so eine sozialdemokratische Richtung eben geht. Also es gibt da einen Text von ihr von 1992, glaube ich, Marxismus und Opportunismus, wo sie eben genau das vorwirft, dass letztendlich die PDS in ihrer Mehrheit quasi den Sozialismus als Ziel aus den Augen verloren hätte und sich in eine sozialdemokratische Partei verwandelt hat. Das hat sie also in ihrer Zeit in der kommunistischen Plattform noch stark kritisiert. Und dann gibt es aber später eine neuere Entwicklung, die sie dann auch wiederum stark kritisiert, auf die wir vielleicht auch später noch mal mehr eingehen können, dass sie also konstatiert, dass also ja eigentlich alle linken traditionellen sozialdemokratischen Parteien in den letzten Jahrzehnten so einen Wandel vollzogen haben, dass sie also sowohl was ihr Spitzenpersonal angeht, also die politischen Führungskräfte, als auch die Wählerschaft eben so einen Wandel vollzogen haben. Also dass es jetzt keine klassischen Arbeiterparteien mehr sind, sondern dass es viel stärker von so einem akademischen, neuen, ja, kleinbürgerlichen Milieu geprägt ist. Also sowohl was die Abgeordneten angeht, als auch dann die Wähler. Und dass sich damit quasi auch so eine Änderung der Programmatik vollzogen hat. Also dass auch die SPD zum Beispiel dann seit Schröder quasi eher eine neoliberale Partei geworden ist, die dann halt vielleicht bestimmte Vorstellungen von Gerechtigkeit und so weiter noch mit sich trägt, aber die ihre Bedeutung gewandelt haben. Also dass man jetzt zum Beispiel unter Feminismus versteht, dass halt es Quoten gibt in den Führungsetagen, wo dann Frauen auch stärker vertreten sein sollen, aber dass gleichzeitig eben Hartz IV eingeführt wurde und damit einen Niedriglohnsektor geschaffen, wo halt Frauen überproportional betroffen sind. Also das ist quasi diese Vorstellung dann von Feminismus der SPD. Und das kritisiert sie. Und da hat sie halt, also Wagenknecht, die Auffassung, dass in der Linkspartei sich quasi dieselbe Entwicklung im Zeitraffer nochmal vollzogen hat. Also dass sie jetzt, als sie so 2007 gegründet wurde, eigentlich noch eine klassisch linke Partei, die auch vor allem Leute aus der Unterschicht sozial Benachteiligte angesprochen hat, aber dass sich das eben sehr, sehr stark und sehr schnell auch gewandelt hat. Und dass mittlerweile die Linkspartei eben auch eine Akademikerpartei geworden ist, die sich eher auf so ein urbanes Mittelschichtsmilieu sozusagen mit ihren Forderungen, mit ihrer Rhetorik und so weiter bezieht und deswegen halt für die Unterschichten unattraktiv geworden ist und eben eigentlich in ihrer Meinung nach keine klassisch sozialdemokratische Partei mehr ist. Also das ist das, was sie jetzt über die Linkspartei sagen würde. Das ist ja auch insofern interessant, weil sie ja mit ihrem populistischen Programm gerade ja genau das wieder versucht, also eben weite Teile der Arbeiterklasse anzusprechen. Genau. Von diesem intellektuellen Milieu zu kommen. Also da bleibt sie sich ja auch in gewisser Weise treu. Genau, also das ist ihr Programm. Es ist ja also so diese linksliberale, dieses Milieu ist ja quasi schon fast ihr Hauptgegner geworden. Da hat sie ja auch ihr Buch Die Selbstgerechten darüber geschrieben. Die Selbstgerechten sind eben genau solche, ja akademische neue Mittelschichtsbürger, die sich sozusagen ja in ihrem moralischen Selbstgerechtheit gefallen und auf die Unterschicht eben Naserümpfen schauen, so wie es Joshua vorhin auch schön gesagt hat, dass sie dann quasi eben halt den Unterschichten vorwerfen, dass sie nicht umweltbewusst genug sind und so weiter und selber eben das Geld haben, im Öko-Bioladen einkaufen zu können oder sowas. Das kritisiert sie, davon grenzt sie sich ab und finde, hat das auch ganz schön auf diese Formulierung gebracht, dass der Linksliberalismus eigentlich weder links noch liberal ist. Links ist er nicht, weil er sich sozusagen nicht für die Belange der unteren Klassen interessiert und liberal ist er auch nicht, weil er eben in seinem Moralismus halt überhaupt keine gegenteiligen Meinungen mehr zulässt und keine offene und sachliche Debatte, sondern quasi alles, was jetzt seinem Weltbild widerspricht, als irgendwie faschistisch oder sonst wie nicht indiskutabel abwertet. Und im Grunde genommen, das sagt sie selber zwar nicht, aber irgendwie finde ich, könnte man sagen, dass sie selber jetzt den wahren Linksliberalismus quasi wieder neu erfinden möchte, weil sie ja also eine Linke insofern sein möchte, dass sie halt sich für die sozial Benachteiligten einsetzt und aber liberal in dem Sinne, dass sie das eben nicht durch irgendwie Sozialismus und Planwirtschaft und ja, Enteignung der Bourgeoisie erreichen möchte, sondern durch ein marktwirtschaftliches Programm. Und natürlich auch mit einem Aufgreifen der moralischen Entrüstung von den Leuten gegenüber denen da oben und wie wir auch schon gesagt haben, gegenüber den grünen Eliten in den Großstädten. Lass uns doch dazu übergehen, wie die aktuelle politische Situation ausschaut, weil du hast es gerade schon angeschnitten, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, irgendwann kam es dann zu Konkurrenzkampf und zu ziemlichen Konflikten in der Partei Die Linke um die Person Sarah Wagenknecht. Dann lass uns doch jetzt zur aktuellen politischen Situation übergehen. Wie wir alle wissen, es kam dann zu großen Konflikten innerhalb von der Partei Die Linke um die Person Sarah Wagenknecht und viele von den angesprochenen Kritikpunkten haben sich sowohl mit der Partei, aber vor allem mit der Gesellschaft noch weiter verschärft. Wie würdest du jetzt diese Entwicklung bewerten und wie ist dann auch Sarah Wagenknecht darauf eingegangen? Also ich würde sagen, dass es da eigentlich drei Entwicklungen gibt, die man benennen müsste. Zum einen ist es halt ein Zunehmen von ökonomischen und politischen Krisen. Also letztendlich seit der großen Weltwirtschaftskrise 2009 haben wir eine immer schnellere Abfolge von gesellschaftlichen Krisenmomenten über die Euro-Krise und dann diese Staatsschulden- und Griechenlandkrise über die Corona-Pandemie, die Lockdowns. Dann kurz danach folgte der Ukraine-Krieg mit Inflation, Energiekrise und natürlich die Klima- und Umweltkrise, die sozusagen alles im Hintergrund noch überschattet und deren Auswirkungen wir ja erst so langsam quasi zu spüren bekommen. Aber auf jeden Fall so eine zunehmende Krisenentwicklung und das hat natürlich Auswirkungen auf die Bevölkerung. Also zum einen Verschlechterung des Lebensstandards durch stagnierende Löhne, durch Inflation, aber auch vor allem eine zunehmende Verunsicherung. Also dass man, also sehr viele Menschen das Gefühl haben, sie können die Zukunft nicht mehr wirklich planen und man weiß nicht richtig, wie man, also wie es weitergehen wird. Das ist also eine Sache, die das gesellschaftliche Klima zurzeit stark prägt. Dass man auch das Gefühl hat, die Welt, so wie sie jetzt gerade ist, wird so nicht weitergehen. Das kommen irgendwelche Veränderungen und man hat eher das Gefühl, es sind eben unheilvolle Veränderungen, die da kommen werden. Und als zweiten Punkt sehe ich eben ein Scheitern des linken Reformismus in den letzten Jahren. Also diese Krisenentwicklungen haben auch quasi eine neue Welle von linken reformistischen Parteien hervorgebracht. Also zum einen natürlich die Linke, um die es ja jetzt auch geht, ist ja 2007 aus dem Zusammenschluss mit der WASG entstanden. Und die WASG war ja in Westdeutschland auch damit angetreten, genau diese Hartz-IV-Reformen eben rückgängig zu machen oder daran Kritik zu üben. Die Linke verstand sich dann eben eine Kraft, die endlich dieser Sparpolitik etwas entgegensetzen wollte und den Sozialstaat wieder in der alten Form aufbauen. Und damit war sie ja nur ein Teil von einer größeren Bewegung von anderen Parteien, auch international, die halt Ähnliches versucht haben. Denken wir jetzt an Syriza zum Beispiel in Griechenland oder Podemos in Spanien oder auch solche Leute wie der Sanders in den USA oder Corbyn in Großbritannien. Also da gab es ja eine ganze Reihe von so linksreformistischen Kräften, die eben neu aufgekommen sind und die eine Zeit lang auch durchaus Wahlerfolge hatten. Aber man muss halt letztendlich sagen, dass sie alle gescheitert sind. Also keine dieser Parteien hat es jetzt geschafft, wirklich diesem neoliberalen Trend etwas entgegenzusetzen. Also entweder sind sie an der Stärke der Gegner gescheitert, wie Tsipras, der sogar die Wahl gewonnen hat, aber dann trotzdem letztendlich vor der Troika klein beigeben musste und die Sparpolitik weiterführen, die er eigentlich also beenden wollte. Oder sie sind auch gescheitert durch ihre eigene, ja, letztendlich vorsichtiges und auf parlamentarischem Weg beschränktes Vorgehen. Also das würde wohl eher für die hiesige Linkspartei zutreffen, die sich also, um irgendwie regierungsfähig zu werden, also immer stärker angepasst hat in ihrer Programmatik und quasi dann letztendlich als Protestpartei auch nicht mehr ernst genommen wurde. Und damit begann ja letztendlich auch ihr Niedergang. Und mittlerweile bei der letzten Wahl ist sie ja an der 5-Prozent-Hürde gescheitert im Bundestag und kam nur deshalb rein, weil sie eben ein paar Direktmandate errungen hat. Also das wäre der zweite Punkt, scheitern linker Reformversuche. Und das dritte wäre dann eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung, weil eben auf der einen Seite haben wir die Eliten, die sich also teilweise grün eingefärbt haben, was jetzt ihre Ideologie angeht, die aber den neoliberalen Kurs also genauso weiterführen wie zuvor. Aktuelles Beispiel ist ja dieses Verfassungsgerichtsurteil mit der Schuldenbremse und so weiter, dass das so nicht rechtens war. Und anstatt, dass jetzt die Regierung sich dann überlegt, ob man diese Schuldenbremse vielleicht auch mal irgendwie loswerden könnte oder so, kommt es eben zu neuen Sparmaßnahmen, die also wieder Teile der Bevölkerung eben belasten. Und auch außenpolitisch wird eben der alte Kurs weitergeführt. Also das Bündnis mit den USA wurde gestärkt. Die Zusammenarbeit in der NATO und diese Konfrontation jetzt mit Russland und das wurde trotz negativen Folgen auch für die eigene Wirtschaft so gemacht, die sich also jetzt anhand der Inflation und der hohen Energiepreise bedingt durch die Russland-Sanktionen zeigen. Das wäre die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es halt in größeren Teilen der Bevölkerung halt einen wachsenden Unmut. Viele Menschen fühlen sich von der Politik eben nicht mehr vertreten. Es entsteht eine Distanzierung von der Politik. Und das ist einerseits natürlich wegen realen materiellen Verschlechterungen, die die Leute verspüren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so der Politikstil, also genau dieser linksliberale Moralismus und teilweise dieses, was man auch als bevormundend empfindet in der Bevölkerung, oft diesen Stil, dass man jetzt in einem gesagt wird, wie man sich umweltgerecht verhalten soll oder dass man jetzt lieber einen Waschlappen verwenden soll, anstatt zu duschen während dieser Energiekrise und solche Sachen. Und das finden viele Leute dann natürlich auch bevormundend und wollen sich sowas nicht von irgendwelchen reichen Politikern erzählen lassen. Allerdings ist es so, dass diese Unzufriedenheit, die da entsteht, jetzt zurzeit halt vor allem den Rechten zugute kommt, weil eben diese linken Reformversuche auch gescheitert sind und irgendwas Linksradikales, was gesellschaftlich wirkungsmächtig ist, sowieso zurzeit kaum existiert. Und dadurch hat sich quasi so eine Polarisierung der Öffentlichkeit gebildet, dass es also zwei Blöcke gibt. Einerseits den großen liberalen Mainstream und andererseits Leute, die dagegen opponieren, aber die dann eben oft in dieser rechten Ecke sind. Und dass man quasi bei vielen Debatten halt nur die Wahl hat, entweder man ist quasi in diesem Mainstream oder man fällt da raus, aber wird dann schnell eben als rechts- oder verschwörungstheoretisch oder was auch immer angesehen. Und das erschwert sozusagen einen vernünftigen und sachlichen öffentlichen Diskurs. Und diese drei Momente sind eigentlich das, letztendlich die Konstellation, auf die jetzt diese Parteigründung trifft und auf die sie quasi mit ihrer Programmatik irgendwie auch eingehen möchte. Das ist ja auch eine Entwicklung, die man in diversen Staaten der Welt, vor allem vielen westeuropäischen Staaten, genauso sehen kann, wie du es eben mit linksreformistischen Kräften und dann in der neuen rechtspopulistischen Welle angesprochen hast. Aber gleichzeitig finde ich es auch spannend, dass es in Deutschland ja für die Linke noch mal besonders destruktiv war. Eben auch dahingehend, dass eben mit der Trennung zwischen West- und Ostdeutschland, die Linke war ja auch schon immer eine Partei, die allen voran in Ostdeutschland besonders stark war, neben jetzt mal vielleicht noch den westdeutschen Stadtstaaten, wo sie dann auch mal gute zweistellige Ergebnisse erzielen konnte. Und gerade da hat sie dann auch extrem viele Stimmen eben an den Rechtspopulismus verloren und konnte sich da dann, wenn überhaupt, noch in einzelnen Bundesländern, wie beispielsweise in Thüringen, da halten. Und das wird sicherlich dann ja auch noch mal eine besondere Motivation für Sarah Wagenknecht gewesen sein, weil eben daran ja die Partei gerade wirklich sowohl auf Landes- aber auch auf Bundesebene zugrunde geht. Auf jeden Fall. Also da merkt man das sehr deutlich, dass eben die Linkspartei nicht mehr als Protestpartei oder als Partei der kleinen Leute quasi in Ostdeutschland wahrgenommen wird, wie sie das also in den 90er Jahren sicherlich noch wurde oder Anfang der 2000er. Und stattdessen eben tatsächlich dann die AfD davon profitiert. Mein Eindruck ist auch von dem, wie sich die Partei bisher darstellt und was auch Wagenknecht in den Fokus rückt, dass, wir werden uns ja gleich das Programm noch mal genauer anschauen, aber dass dieser Punkt, diese Abgrenzung von diesem liberalen Mainstream sehr, sehr, sehr stark im Vordergrund steht. Also steht für die Wagenknecht-Partei und Wagenknecht selber meist gar nicht die eigenen Inhalte im Vordergrund, sondern einfach nur dieses Kontra gegen diesen liberalen Nationalismus, der halt hegemonial ist, mit dem gleichen Abenzug und dann zu sagen, aber wir sind halt auch nicht wie die AfD. So, wir wollen halt die Kritik an diesem Status Quo formulieren, aber wir sind halt nicht die AfD. Das ist eigentlich so die Primärposition, über die sich BSW und Wagenknecht selber eigentlich, finde ich, gerade positionieren und auf die aktuelle politische Situation eingehen. Ja, und also Wagenknecht rechtfertigt dieses Vorgehen auch, weil sie jetzt zum Beispiel in ihrem Buch Die Selbstgerechten auch darauf eingeht, ob es vielleicht einen Linksliberalismus geben könnte, der also nicht neoliberal ist. Also sprich irgendwie sowas wie eine linke SPD, die, was jetzt quasi ihre Rhetorik angeht und so weiter, klassisch linksliberal ist, also die zum Beispiel gendern beim Sprechen und sich für Klimaschutz und für Flüchtlingshilfe interessieren, aber andererseits eben klar auch sozialpolitische Forderungen wie höherer Mindestlohn und so weiter stellen. Sie sagt, dass das nicht funktionieren wird, weil wenn jetzt diese Sprache, dieser Gestus und dieser Habitus quasi noch dieses aus diesem linksliberalen Mittelschichtsmilieu stammt, dann werden die Leute das einem nicht abkaufen. Selbst wenn man dann Forderungen hat, die also quasi den ärmeren Schichten auch entgegenkommen, sobald die das hören, diese Sprache und so weiter, dann werden sie sofort misstrauisch und merken, okay, das sind nicht unsere Leute und die wollen wir nicht wählen. Und deswegen sagt sie auch bewusst, wir müssen eine Sprache finden und einen Habitus quasi, der halt die kleinen Leute anspricht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns von diesem linksliberalen Mainstream abgrenzen und zwar nicht nur über unsere Forderungen, sondern auch über unser Auftreten. Aber sprechen wir denn dann hier nur von Sprache oder ist das was, was sich dann auch wirklich stark inhaltlich niederschlägt? Weil das ist ja auch die Kritik, die immer Frau Wagenknecht und vor allem jetzt auch dem Bündnis, was sich um sie formiert, entgegengeworfen wird, dass es eben hierbei nicht nur um eine sprachliche Abgrenzung geht. Sowas, was wir ja auch wahrscheinlich für alle drei, die hier sitzen, fordern würden, wo wir immer wieder sagen, wir müssen eben unsere Sprache, je nachdem welches Milieu, welchen Teil der Gesellschaft man anspricht, auch daran anpassen und man muss auch einfach immer kulturell dafür sensibel bleiben. Oder ist das jetzt auch wirklich sowas, dass beispielsweise, da werden wir ja sicherlich jetzt beim Programm, kannst du uns da einen guten Überblick drüber geben, dann auch bei Themen Queer, Rassismus, Feminismus dann auch richtige Abstriche sehen? Also ich denke, dass es bei Wagenknecht sehr oft bei vielen Themen so ist, dass sie quasi richtige Kritikpunkte anbringt, also an der herrschenden Politik und auch an diesem linksliberalen, ja, in dieser Denkweise. Aber das ist dann eben, also diese Lösung, die sie dann bringt, tatsächlich oft halt in eine verkehrte Richtung gehen und tatsächlich dann auch inhaltlich teilweise eine reaktionäre Wendung annehmen. Also vor allem sehe ich das bei der Migrationspolitik. Darauf können wir ja später noch eingehen. Aber es ist halt ganz oft diese Konstellation. Einerseits werden Punkte benannt, die auch wirklich problematisch sind. Dann wird aber in einer Weise damit umgegangen, wo ich dann oft das Gefühl bekomme, das geht eben in eine falsche Richtung. Dann lass uns doch mal reingehen in das Programm des BSW. Gib uns doch schon mal eine kurze Zusammenfassung, bevor wir dann auf die einzelnen Punkte intensiver eingehen. Ja, also es gibt noch kein Parteiprogramm. Es gibt bisher ein Gründungsmanifest, was also vier Seiten lang ist, also ziemlich knapp. Das ist aber dürftig. Kann man so sagen, aber ich finde, man kann da auch schon durchaus eine Richtung entnehmen. Also so schlecht ist es dann auch wieder nicht, um sich ein Bild zu machen. Also es sind vier Punkte. Erstens vernünftige Wirtschaftspolitik, zweitens Frieden, drittens soziale Gerechtigkeit und viertens Freiheit. Die vier Punkte umreißen sozusagen die Position der künftigen Partei und bei der vernünftigen Wirtschaftspolitik. Da geht es also zum einen um ein Ende der Russlands Sanktionen. Also man solle einen Ausgleich mit Russland finden und dadurch die Möglichkeit haben, wieder an günstige Energie heranzukommen, um den deutschen Wirtschaftsstandort nicht weiter zugrunde zu richten. Was die Ökologie angeht, sieht sie durchaus das Problem des Klimawandels und so weiter. Aber ist der Meinung, dass man jetzt nicht durch Verteuerung der Energie die Bevölkerung und die Wirtschaft weiter belasten sollte, sondern eher auf technologische Innovationen setzen, was gerade so einem Hochtechnologieland wie Deutschland eigentlich gut zu Pass kommt und dadurch Möglichkeiten finden, wie man quasi energieumweltfreundlicher gewinnen kann. Dazu kommt dann noch so Forderung nach Entflechtung von Großkonzernen, diese antimonopolistische Tendenz, was quasi auch bei diesem Ordo-Liberalismus schon angesprochen wird. Wobei ich das interessant finde, dass jetzt in diesem Programmentwurf als Beispiele nur amerikanische Großkonzerne wie Amazon oder Microsoft oder BlackRock genannt werden, aber jetzt nicht irgendwie Siemens oder Daimler-Benz oder ThyssenKrupp. Das fand ich schon mal bemerkenswert. Ja, also das wäre im Wesentlichen die vernünftige Wirtschaftspolitik. Was den Frieden angeht, wird also als große Bedrohung für den Frieden eben diese gegenwärtige Konfrontation zwischen NATO und Russland, die sich vor allem in der Ukraine zeigt, aber die auch die Gefahr eben einer Eskalation bis hin zu einem Weltkrieg in sich birgt, als Bedrohung gesehen. Und da wird gesagt, also um dem zu entkommen, soll Deutschland und Europa sich sozusagen von dieser starken Bindung an die USA lösen und soll unabhängiger auftreten und quasi von dieser aggressiven NATO-Politik weg und ein eigenes Militärbündnis schaffen. Also das ist jetzt nicht so genau ausgedrückt, ob man die NATO abschaffen will und was Neues schaffen oder die da sehr stark umwandeln. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass das Militär also zur Landesverteidigung durchaus erwünscht ist, aber nicht als Machtinstrument für geopolitische Interessen missbraucht werden soll. Das wäre der Punkt Frieden. Dann gibt es noch den Punkt soziale Gerechtigkeit und damit ist gemeint, also genau das zu erreichen, wo die ganzen anderen linksreformistischen Ansätze der letzten 20 Jahre gescheitert sind, nämlich den Sozialstaat in seiner alten Form wieder herzustellen und mindestens Hartz IV rückgängig zu machen, wenn nicht noch weiter zurückzugehen und den Sozialstaat sozusagen wieder in alter Form restaurieren. Okay, dann noch der vierte Punkt. Freiheit meint in dem Fall sowas wie Freiheit der öffentlichen Debatte und Kontroverse. Also, dass man offen sagen kann, was man denkt und seine Meinung äußern und sich streiten auch mit anderen Leuten, die eben andere Meinungen sind. Und da haben sie eben, wie gesagt, die Analyse, dass das zurzeit nicht gut möglich ist. Und zwar wird als Problem nicht nur der erstarkende Rechtspopulismus und diese rassistischen Hetzreden, die quasi das Klima vergiften genannt, sondern auch eben der Linksliberalismus mit seinem Moralismus, seiner Cancel Culture und so weiter. Und das müsste, sollte man halt durchbrechen, genau wie wir es auch schon gesagt haben, dadurch, dass eben versucht wird, Kritik an der Regierung zu üben und dass das Bündnis Sarah-Wagenknecht also Punkte aufgreift, die also auch von anderen so gesehen werden, aber eben klar sich dann von rechts abgrenzt und dadurch quasi einfach ein offeneres Diskussionsklima entstehen könnte, dass es eben nicht nur dieses gibt, entweder du bist rechts oder du bist für die Regierung. Ja, das wären grob diese vier Punkte, die da benannt werden. Ja, soweit zur Darstellung des Ganzen. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal wirklich die einzelnen Punkte durcharbeiten. Was ist unsere Kritik da dran? Und andersherum, was ist dann auch unsere Sichtweise auf diese einzelnen Punkte, um es auch in einen Kontrast zu stellen damit? Ja, und wir beginnen ja mit der Wirtschaftspolitik. Und so wie du das gerade beschrieben hast, mit dieser Phrase jetzt vernünftige Wirtschaftspolitik, also das, was ich vor allem jetzt daraus gezogen habe, war eben, dass es inhaltlich darum geht, diesen einen Standortfaktor mit der günstigen Energie zu verbessern. Also das ist ja jetzt sowas, was man eigentlich von diversen Kreisen, also gerade die AfD macht sich stark, aber es gibt ja auch verschiedene Vertreter aus der Wirtschaft, die immer wieder das anmerken, das ist gerade das, wo wir ran zu knacken haben. Die Energie ist seit dem russisch-ukrainischen Krieg deutlich teurer geworden. Sonst ist es ja auch eigentlich so, wenn man sich das anguckt, Deutschland hat eigentlich sehr viele Standortvorteile. zentrale Lage, Billiglohnland, gleichzeitig gut ausgebildete Arbeitskräfte, aber das ist immer so das, was angemerkt wird. Jetzt frage ich mich aber, wenn ich das so höre, das ist ja jetzt nicht wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also du hast ja schon so ein bisschen den Werdegang von Herr Wagenknecht beschrieben. Könnte man sich das dann jetzt dann auch so vorstellen, dass wirtschaftspolitisch dann beispielsweise auch eine stärkere Steuerung durch den Staat gefordert wird? Dass man vielleicht so, wie manche Parteien das machen, sich dann an einem chinesischen Weg orientieren könnte, dass man sich das so vorstellt? Oder was wäre jetzt tatsächlich da das Alleinstellungsmerkmal? Weil das ist ja jetzt eigentlich erst mal nicht viel. Also was die stärkere Steuerung durch den Staat angeht, also das ist tatsächlich so, dass sie da durchaus, also jetzt in diesem kleinen Manifest steht da nicht viel drüber drin, außer dass eben gesagt wird, ja, man sollte quasi zu große Konzernmacht brechen und der Staat sollte dafür sorgen, dass eben da nicht einzelne Marktteilnehmer zu viel Macht bekommen. In dem Buch Die Selbstgerechten, da gibt es da noch ein paar mehr Ideen dazu, also auch jetzt im Hinblick auf Ökologie fand ich ganz interessant, dass also gefordert wird, dass der Staat eingreifen soll und die Konzerne dazu zwingen, dass sie ihre Produkte langlebiger machen, was ja durchaus möglich wäre und es ist ja auch so, dass viele Produkte auch bewusst so konstruiert sind, dass sie nach ein paar Jahren kaputt gehen und dass man sowas quasi auch durch staatliche Eingriffe ja umgehen könnte, aber das ist alles weit entfernt von so einer chinesischen Vorstellung, also so stark möchte sie jetzt keine Staatseingriffe haben. Was diesen Punkt mit der billigen Energie angeht, würde ich sagen, es stimmt, es ist kein Alleinstellungsmerkmal, dass das gefordert wird, also die AfD fordert das auch und auch in der Industrie gibt es also durchaus Stimmen, die halt da den aktuellen Kurs der Regierung stark kritisieren. Also der BASF-Chef Bruder Müller hat schon kurz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs also gesagt, wollen wir sehenden Auges unsere ganze Volkswirtschaft zerstören, also der war sehr, sehr entschieden gegen diese Russland-Sanktionen, aber man muss doch sagen, dass also diese Unzufriedenheit, die sich auch gerade in der Wirtschaft damit zeigt, bisher in der offiziellen und etablierten Politik so nicht findet. Also es gibt also in den etablierten Parteien jetzt keine Forderungen, dass man diese Sanktionen irgendwie beenden sollte, dass man das Verhältnis zu Russland irgendwie normalisieren sollte und es gibt darüber auch keine wirkliche Debatte in den Mainstream-Medien und das ist meiner Ansicht nach schon auch ein bisschen merkwürdig, weil wenn man jetzt sagt, okay, die Regierung oder die bürgerlichen Parteien sind sozusagen der politische Arm der Bourgeoisie und die bürgerlichen Medien sind sowas wie das Forum, wo quasi die Bourgeoisie sich auch austauschen kann über ihre Interessen, dann würde man ja schon erwarten, dass es da irgendwie eine Debatte gibt. Okay, was ist jetzt für unseren Wirtschaftsstandort eigentlich die beste Strategie und sollen wir uns tatsächlich da stärker an den USA anlehnen oder sollten wir eher versuchen unabhängig zu sein oder uns mit Russland wieder auszusöhnen und das findet aber in der offiziellen Debatte wenig statt und deswegen denke ich schon, dass Wagenknechts Partei da irgendwie quasi was in gewisser Weise was Neues in die Debatte bringt. Insofern zumindest, dass das eben diese Stimmen jetzt nicht von der AfD oder von Rechtsaußen kommen, sondern eben von der anderen Seite. Ja, nun ist jetzt natürlich spannend, was denken wir dazu, was ist vielleicht auch unsere Kritik an diesem Vorbringen, dieses neuen Diskussionspunkt in dieser Debatte, die ja jetzt, wie du es ja auch beschrieben hast, in der hegemonialen Politik nicht stattfinden. Und an und für sich würde ich erstmal sagen, für mich persönlich spricht jetzt eigentlich nichts dagegen, wieder irgendwie in irgendeiner Form eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland zu haben, weil es ist für mich völlig scheißegal, ob das Gas jetzt aus Russland kommt oder ob das Gas irgendwo aus Katar kommt oder so. Der Unterschied ist, dass das Gas aus Russland extrem viel günstiger ist, weil dort über Jahrzehnte die Zusammenarbeit mit Russland eben kultiviert wurde, diese ganzen Gaspipelines gebaut wurden, wo das Gas einfach durchgeschossen wird und über den Weg, wie es jetzt aufgebaut wird, muss ja die gesamte Infrastruktur neu gebaut werden, auch unter sehr klimaschädlichen Bedingungen, die noch da drauf kommen und unter viel teureren Bedingungen. Das heißt, an und für sich spricht jetzt erstmal nichts Übernatürliches dagegen, das jetzt auf diesem alten Weg wieder zu tun. Ja, ich würde da dann eigentlich sogar sagen, dass es tatsächlich Auswirkungen auf uns als Klasse hat, wie du es angesprochen hast. Also wir reden ja davon, dass nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Haushalte, das haben wir ja alle gespürt, gerade jetzt, wenn die Preisbremsen auslaufen, dieses Jahr wird es ja nochmal besonders hart für Leute, die beispielsweise auch mit Heizöl heizen nochmal krasser, dass es einfach für uns alle viel teurer geworden ist. Deswegen würde ich das auch sagen und ich würde es auch nochmal so knallhart formulieren, jetzt von der moralischen Seite, da geht es jetzt gar nicht darum, ihr wisst alle, was unsere Position natürlich zum russischen Imperialismus ist, aber ob das Gas jetzt aus den Golfstaaten bezogen wird, die auch, man könnte es fast sagen, einen Vernichtungskrieg gegen den Jemen führen, so, wo wirklich Zehntausende, Hunderttausende Menschen bei sterben oder ob das Gas jetzt von einem Land wie Russland bezogen wird, was auch, ja, Krieg gegen die Ukraine führt, wo Zehntausende Menschen sterben. Da muss man auch sagen, da wird dann wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Was ich vielleicht auch sogar noch spannend finde, ist das, was du angesprochen hast mit eben staatlichen Eingriffen bei sowas wie Langlebigkeit von Produkten, also das einfach, das klingt eigentlich fast so, als würde sie das auch als Kontinuität aus so einem DDR-Sozialismus ziehen. Damals, da haben die Produkte wirklich noch lange gehalten und ich finde es auch ganz spannend, weil ich habe vor ein paar Jahren auch mal ein Interview mit Wagenknecht gesehen und das ist wirklich was, was mir auch im Kopf geblieben ist. Das war, glaube ich, wirklich so am Anfang, wo sie dann hier angefangen hat, hier ein Buch zu schreiben, die Selbstgerechten, wo sie dann meinte, dass sie eigentlich dafür wäre, dass auf europäischer Ebene beispielsweise durchgesetzt wird, dass es eine Garantie von bis zu zehn Jahren auf Produkte geben muss, die dann eben in diesem Zeitraum auch wirklich zurückgegeben werden können, wenn was kaputt geht, weil es eigentlich nicht sein kann, dass beispielsweise Smartphones zu kurz halten, das sind ja alles, neben diesem großen Punkt, kleine nette Sachen, aber trotzdem würde ich dann auch noch sagen, abgesehen davon ist da wirklich jetzt nicht viel an, ja irgendwie in unserem Sinne gerichteter Wirtschaftspolitik. Das ist wirklich sowas, wo ich sagen würde, das sind kleine Reformsachen, zu denen ich zustimmen würde, aber im Kern ist es ja wirklich, das sind Punkte, die könnte ich mir genauso auch von der SPD vorstellen, nur dass die natürlich jetzt die Regierungslinie vertritt. Und was man ja auch noch dazufügen muss, ist, dass bei dem zweiten Punkt des Eingriffs in die Wirtschaft, um diese geplante Obsoleszenz ein Stück weit rauszubekommen, dass sie auch sehr fragwürdig ist, ob das überhaupt realistisch ist im Kontext dieses Systems, weil die Sachen würden dann ja, werden ja sowieso halt irgendwo, zum Beispiel in China produziert und als wenn jetzt halt irgendwie der deutsche Staat chinesischen Unternehmen vorschreiben könnte, diese geplante Obsoleszenz rauszunehmen und wenn das halt auf die deutschen Unternehmen, die auch noch hier produzieren, vorgeschrieben werden würde, dann würden die halt sagen, ja okay Leute, fickt euch, wir verlagern halt auch noch den Rest unserer Produktion halt irgendwo anders hin, wo wir das halt machen können, weil das halt mega essentieller Part der kapitalistischen Produktion ist, um halt Gewinn zu schüffeln. Also genau dagegen, was du als letztes gesagt hast, Marianne, hat Wagenknecht tatsächlich auch eine Lösung vorgeschlagen und zwar, dass man eben Einfuhrzölle einführt, welche also gestaffelt sind, je nachdem, wie umweltschädlich zum Beispiel in einem anderen Land produziert wird, also dass man quasi, wenn jetzt ein Unternehmen seine Produktion auslagert, um halt weiterhin die Umwelt verpesten zu können, dass man dann entsprechend den Einfuhrzoll erhöht und dadurch den Preisunterschied ausgleicht. Also da hat sie durchaus auch Ideen, wie man, was man da quasi machen kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich euch im Großen und Ganzen natürlich zustimmen, also sowohl was jetzt dieser Vergleich mit dem Öl aus Katar oder aus Russland angeht, dass das jetzt irgendwie aus einer moralischen Perspektive nicht das eine besser ist als das andere, aber dass das russische Öl jetzt tatsächlich für den Moment die Bevölkerung hier entlasten würde, finanziell, das ist so und es ist natürlich klar, dass wir jetzt langfristig von dem Öl insgesamt weg müssen und dass wir eine ganz andere Art von Wirtschaft und von Energiegewinnung eigentlich bräuchten. Und da ist tatsächlich das Problem bei dem BSW, dass sie halt diesen kapitalistischen Rahmen gar nicht übersteigen wollen und sich dann eben irgendwelche Möglichkeiten ausdenken innerhalb des Systems durch Technologieentwicklung und durch solche staatlichen Eingriffe, wo man aber sagen muss, klar, die können vielleicht an bestimmten Punkten bestimmte Sachen verbessern, aber meistens ist es dann so innerhalb des Kapitalismus, dass dann an anderer Stelle dann vielleicht umso mehr Energie verbraucht wird oder was und dass letztendlich ja das kapitalistische System mit seinem Profitprinzip und seinem Zwang immer neue Märkte zu erschließen und neue Produkte auf den Markt zu schmeißen und so weiter eigentlich so einem sinnvollen und nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen halt per se entgegensteht und dass deswegen auch Wagenknechts Form von Ökologie eigentlich diese Illusion vom grünen Kapitalismus anhängt und letztendlich gar nicht so anders ist als das, was sonst von Wagenknecht immer so naserümpfend kritisiert wird, diese liberalen grünen Eliten. Die träumen ja auch von einem grünen Kapitalismus, nur dass sie ihn vielleicht irgendwie ein bisschen auf andere Weise erreichen möchten und eher vielleicht durch Innovationen dieser Großkonzerne, die sich in Davos treffen oder so und sie möchte halt eher da vielleicht stärker ein staatlich initiiertes Programm, aber letztendlich ist es beides eine Quadratur des Kreises, die versucht wird, nämlich grüner Kapitalismus, was es nicht geben wird. Naja, aber sie hat ja schon ein Alleinstellungsmerkmal damit, wenn sie eben ihre grüne Politik formuliert, dass sie eben sagt, das alles soll aber nicht auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen werden, vor allem auf dem Rücken jetzt der ärmeren Bevölkerung, weil das ist ja was, was dann auch stark kritisiert wird, wie diese Maßnahmen angegangen werden, dass beispielsweise Verteuerung, beispielsweise bei tierischen Lebensmitteln oder dann auch bei Benzin, bei bestimmten klimaschädlichen Heizungstypen, Technologien, dann eben nicht auf die Firmen, sondern auf die einfachen Arbeiter abgewälzt wird. Also das stimmt und ich denke, damit hat sie auch recht, dass sie eben genau das kritisiert, aber ich habe halt den Eindruck, dass es auch so ein bisschen darauf hinausläuft, dass sie sagt, ja jetzt brauchen wir erstmal zum Beispiel wieder dieses billige Gas oder jetzt müssen wir erstmal irgendwie Subventionen nicht kürzen und so weiter und die Bevölkerung und auch die Unternehmen entlasten und irgendwann später können wir dann durch neue Technologien halt dann die grüne Wende schaffen, aber dass dieses irgendwann später dann irgendwie auch wegfällt und dass es letztendlich darauf hinausläuft, dass alles bleibt, wie es ist und dass dann mit Ökologie gar nicht mehr so viel ist und deswegen, also klar, diese Kritik an der aktuell herrschenden Umweltpolitik und ihrer Belastung der Bevölkerung, da würde ich auch zustimmen, aber halt das, was sie dann stattdessen vorschlägt, ist letztendlich keine Ökologie mehr. Ja, ich denke, das wird auch eine Kritik sein, die jetzt auch in den folgenden Punkten immer wieder eine Rolle spielen wird, dass wir einfach an vielen Stellen sagen, ja gut, vielleicht ist punktuell die Kritik, die Wagenknecht formuliert, die teilen wir sogar, aber die Lösungen, die vorgeschlagen werden, sind dann halt in der gleichen Form systemimmanent, in der gleichen Form innerhalb des Parlamentarismus, innerhalb der kapitalistischen Logik halt angelegt, die auch punktuell ja von irgendwelchen SPD-Lern, CDU-Lern, FDP-Lern oder Grünen, wenn sie mal einen guten Tag haben, auch solche irgendwelche innovativen Ideen für irgendeine tolle Reform angebracht werden. Das bringt halt nur alles nichts, weil das halt nie oder nur ganz begrenzt umgesetzt wird und das ja auch unsere grundsätzliche Position ist, dass wir sagen würden, wenn wir all diese großen Fragen unserer Zeit, die die BSW ja auch wirklich verändern wollen, dann geht das ja nur mit einem konsequenten Bruch auch letztendlich mit diesen Zuständen, die genau diese Problematiken hervorbringen, die vom BSW kritisiert werden und was ja auch von diesem System immer mehr wieder hervorgebracht wird, ist der Krieg und das ist ja auch ein wichtiges Thema für BSW, speziell die Konfrontation Russland-Ukraine. Ja, also was das Thema Krieg und Frieden angeht, ist es auch wieder so, dass ich erstmal wagend nichts Kritik an den Zuständen weitgehend zustimmen würde. Also es stimmt, es ist ein riesiges Übel und furchtbar, dass jetzt in der Ukraine Hunderttausende von Menschen auf beiden Seiten sterben, einfach nur, weil da zwei imperialistische Blöcke gegeneinander stehen und jeweils ihren Einflussbereich ausweiten wollen und dass wir davon weg wollen, dass wir das also beenden möchten. Und was dann das BSW ja vorschlägt, ist im Grunde so ein unabhängiges Deutschland beziehungsweise Europa, was quasi aus dieser NATO-Politik ausschert, abrüstet und die Armee nicht mehr für imperiale, geopolitische Interessen einsetzt. Und da würde ich einfach sagen, das ist halt sehr naiv und unrealistisch. Also wenn jetzt gleichzeitig die kapitalistischen Konzerne in Europa nicht enteignet werden sollen, wenn die bestehen bleiben, ist doch klar, dass also die weiterhin ihre wirtschaftlichen Interessen haben und dass die nicht an den Landesgrenzen enden und dass ein bürgerlicher Staat selbstverständlich diese Interessen auch irgendwie wahren und denen nachgehen muss und das auch mit militärischen Mitteln im Zweifelsfall machen wird. Und es völlig utopisch ist zu glauben, dass es jetzt so einen friedlichen europäischen Imperialismus geben könnte. Und man könnte sogar zuspitzen und sagen, wenn das tatsächlich sich so entwickeln sollte, das weiß man ja nicht, aber es kann durchaus sein, dass das in so eine Richtung irgendwann geht und dass die europäischen Eliten auch von dieser transatlantischen Zusammenarbeit irgendwann abkommen, aber dann müssten sie eigentlich erst recht aufrüsten und müssten erst recht ihre Armee auf Vordermann bringen, weil bisher hat ja Deutschland und auch Westeuropa bis zu einem gewissen Grad auch davon profitiert, dass sie sozusagen im Windschatten der USA waren, die als Weltpolizist für sich, für sie auch mit Verhältnisse aufrechterhalten haben, wo auch deutsche Konzerne dann profitieren zum Beispiel. Und wenn sich die USA da mehr und mehr zurückzieht, da heißt das ja logischerweise, dass die europäischen imperialistischen Mächte das dann selber machen müssen und deswegen müsste diese Position eigentlich konsequenterweise nicht für Abrüstung, sondern für Aufrüstung plädieren. Ja, es ist so ein klassischer Fall von, wie du es jetzt auch schon angedeutet hast, diesem Linksreformismus, der, das ja eigentlich schon so ein radikalerer Schritt ist mit diesem aus dem NATO raus, wo man eigentlich das auch gut mit Syriza vergleichen kann in Griechenland, die ja auch gesagt haben, ja, wenn wir in die Macht kommen, dann machen wir einen ganz klaren Schnitt mit diesem Spardiktat, was über uns auferlegt wird und dann werden wir da irgendwie aussteigen und die Schulden gar nicht mehr zurückzahlen und was weiß ich. Und das ist einfach komplett unrealistischer Humbug. Deutschland kann nicht einfach so aus der NATO austreten und sein eigenes Ding machen. Sowas funktioniert halt nicht. Klar, man kann sagen, okay, Großbritannien ist ja auch irgendwie aus der EU ausgetreten, war ja auch ein großer Schritt. Ja, aber dann guckt euch doch jetzt mal, was für eine Verelendung sich die Bevölkerung befindet, auch durch den Brexit. Und das heißt halt einfach, solche Sachen können nur leere Versprechen sein und wenn du behauptest, dann ist so eine Art von Friedenspolitik, dass man eben aus so einem Militärbündnis aussteigt, nur mit sozialrevolutionären Prozessen möglich und zwar in mehreren Ländern und nicht nur in einem. Deswegen ist es auch so, was halt mit so einer Standortlogik steht das halt total im Konflikt, solche Gedanken. Also ich finde das gut, dass du das Beispiel mit Syriza da ansprichst. Da werden wir vielleicht gleich bei dem Punkt Sozialstaat auch noch mal drauf kommen. Aber ich hatte eigentlich auch die Vorstellung, dass es sein könnte, dass irgendwann in ein paar Jahren vielleicht tatsächlich sich so die politische Großwetterlandschaft in Europa ein bisschen wandelt und tatsächlich ein bisschen stärker auf Eigenständigkeit gegenüber der USA gesetzt wird und dass dann vielleicht das BSW irgendwann in einer Koalitionsregierung mit anderen Parteien sein wird. Und dann wird aber dieser Punkt mit der Abrüstung mit Sicherheit der erste sein, der da hinten runterfällt bei den Koalitionsverhandlungen, wo man dann sagt, ja Entschuldigung, aber das geht jetzt nun wirklich nicht. Und deswegen stimme ich dir da vollkommen zu, Marian, dass letztendlich eine sozialrevolutionäre Antikriegsbewegung, die halt in verschiedenen Ländern zugleich aktiv ist und von unten quasi sich der Militarisierung der Gesellschaft entgegenstellt, eigentlich die einzige Perspektive ist die, also die aktuelle Eskalationslogik stoppen kann. Ich finde das auch ganz schwer zu bewerten, wie viel jetzt auch, was dann immer vorgeworfen wird, dahinter steckt mit, okay, Sarah Wagenknecht und die Leute ums BSW, die streben jetzt wirklich so eine Ostbindung an oder die sind pro-russisch, das kommt dann irgendwie aus einer traditionellen Haltung aus der Partei Die Linke oder sowas, was man noch in der DDR mitbekommen hat. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, was jetzt bei der AfD vorgeworfen wird, wo ich sagen würde, dass man da sicherlich noch wirklich auch mehr Ideologen hinter hat, die sagen würden, ja Russland, das ist doch eben dieses erzkonservative Land, das stärkt doch überall rechte Bewegung auf der Welt und so wie die das mit dem Staat selber machen, das sind unsere Freunde, das sind unsere Verbündeten, guckt doch mal, wie es eigentlich in den USA ausschaut. Aber was ich nämlich glaube, was vielmehr auch so ein bisschen hinter dieser Friedenspolitik für ein Kalkül steckt, das ist auch einfach so ein Aufgreifen von diesem populistischen Moment gegen den Krieg, dass es einfach super viele Leute in Deutschland gibt und das ist ja eigentlich was, was es ganz häufig bei jedem Krieg gibt, dass man eben sagt, wir wollen eine nichtinterventionistische Haltung haben, was habe ich damit zu tun, was da hinten passiert in der Ukraine, was in Afghanistan passiert, lasst uns uns doch vielmehr hier um die Leute hier bei uns kümmern, wir wollen doch gar nicht da eingreifen, jeder Staat hat doch das Recht dazu machen, was auch immer er selber will und warum sollen wir jetzt Geld da ausgeben, da hochrüsten und am Ende kommt noch mehr, viel Leid darauf und gleichzeitig auch die Leute hier haben es ja gemerkt, wir haben es ja gerade schon mit dem Gas angesprochen und ich glaube, das ist dann was, was sich auch in so eine Friedenspolitik wie da dann einfach überträgt, weil es ist nun mal so, die Linke hat hier und da mal im Bundestag, glaube ich, so bei bestimmten Waffenlieferungen auch Kritik geübt, die haben gesagt, keine Leopard 2 Panzer mehr, das ist irgendwie, ich hatte es nochmal nachgelesen, haben sie gesagt, das ist der größte Panzer der Welt, das ist ganz schlimm, den jetzt dahin zu liefern, aber sonst war es ja wirklich nur die AfD, die gesagt haben, ey, Leute, Russland, Ukraine, da gibt es eine Vorgeschichte und vor allem, was haben wir jetzt damit zu tun, das passt uns so nicht und da kann sie natürlich dann dieses populistische Moment aufgreifen. Ja, das ist richtig, also da zeigt sich zum Beispiel auch besonders deutlich dieser Bruch, der innerhalb der Linkspartei sich dann auch vollzogen hat und das man diskutiert ja auch manchmal, ob die BSW, ob das jetzt eine Rechtsabspaltung oder eine Linksabspaltung von der Linkspartei quasi ist, das ist, glaube ich, eine Mischung, also was jetzt die Friedenspolitik angeht, da steht sie quasi dann schon links, weil sie halt tatsächlich noch solche Forderungen, keine Waffenlieferungen und keine Auslandseinsätze und so weiter erheben, die jetzt halt bei der alten Linkspartei mittlerweile nicht mehr ernsthaft vertreten werden, aber bei anderen Punkten, zu denen wir vielleicht noch kommen werden, wie Migrationspolitik, wird sie klar rechts von der Linkspartei natürlich stehen. Diesem Vorwurf, dass Wagenknecht oder BSW dann so pro-russisch sei, das wird ja immer wieder gesagt und ich glaube es letztendlich auch nicht nach dem, was ich bisher gelesen habe, sondern nehme das ihnen schon ab, dass sie quasi eine europäische Eigenständigkeit haben wollen und dass sie innerhalb dieses multipolaren Systems, so wird es auch benannt in der Programmschrift, quasi ein Pol sein wollen und jetzt weder sich Russland und China annähern, noch den USA unterwerfen, sondern einfach eigenständig sein und das ist quasi so die Vision, aber wie das jetzt ohne interventionsfähiges Militär gehen soll, das kann ich mir auch nicht erklären. Ja, es ist ja auch dann wieder eine Sammelbewegung, wo halt auch alle möglichen Akteure dazukommen und da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch einzelne Akteure gibt oder auch vielleicht dann auch mal einzelne Politiker von der BSW, die eine russlandnahe Position vertreten und dass diese Diskursöffnung auch vielleicht so punktuell auch eine russische Einflussnahme da ermöglicht, sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Dann ist das vielleicht so ähnlich wie dann bei der AfD, wenn sowas öffentlich rauskommt, dann wird irgendwie eingeschritten und die Person wird dann enthoben von irgendeinem Amt oder so und ansonsten geht das einfach so durch, weil das halt schon okay ist und einfach so mitschwimmt innerhalb dieser Partei, denke ich mal. Ja, aber lass uns doch noch mal dann auf die Sozialpolitik eingehen. Du hast es ja gerade schon angesprochen im Kontext des Beispiels von Syriza. Wie sieht es denn da aus? Was sind die Gedankengänge zur Sozialpolitik vom BSW? Also erstmal muss man sich natürlich fragen, also warum soll jetzt das BSW ausgerechnet das schaffen, woran jetzt diese ganzen anderen linksreformistischen Kräfte gescheitert sind und dass sie jetzt den Sozialstaat retten? Und Wagenknecht hat darauf durchaus eine Antwort. Also in ihrem Buch Die Selbstgerechten hatte ich ja schon beschrieben, wie sie quasi diesen soziologischen Wandel der Linksparteien beschreibt, von Arbeiterparteien zu Parteien des akademischen Mittelstands. Sie sagt, dass das letztendlich erklärt, warum die Parteien von ihrem ursprünglichen Programm zugunsten der unteren Klassen weggekommen sind und letztendlich das auch ihren Niedergang erklärt. Also dass das der Grund ist, warum die Linkspartei heute in Ostdeutschland so schwach ist und warum die SPD jetzt bei zehn Prozent irgendwie rumdümpelt und dass man eigentlich einfach nur sich der klassischen Zielgruppe wieder zuwenden müsste und ernsthaft eine Politik, wie wir es auch schon angesprochen haben, sowohl vom Inhalt als auch von der Sprache und vom Gestus her zu machen für die unteren Gesellschaftsschichten. Dann würde das auch klappen und ich denke, dass halt an dieser Beschreibung was Wahres dran ist, also für viele linke und sozialdemokratische Parteien stimmt ja diese Beschreibung dieses soziologischen Wandels und auch des Wandels des Programms, was damit einhergeht, durchaus. Aber ich denke, die Erklärung reicht nicht aus, weil das jetzt Syriza zum Beispiel wurde von allen Bevölkerungsschichten gewählt oder so jemand wie Sanders oder Jeremy Corbyn, die hatten durchaus auch eine gute Wählerbasis innerhalb der ArbeiterInnen schafft. Auch zum Beispiel der brasilianische Präsident Lula, der wurde auch durchaus von den Unterschichten gewählt und so weiter. Aber nichtsdestotrotz sind auch diese Leute gescheitert und deswegen hätte ich da letztendlich eine andere These, dass es halt das Scheitern auch sehr stark damit zusammenhängt, dass man sich eben auf diesen parlamentarischen Weg beschränkt hat, darauf verzichtet hat, eben eine Massenmobilisierung der Bevölkerung zu fördern, die dann halt durch Streiks oder durch Blockaden und so weiter eben tatsächlich dem Kapital wehtut und Reformen dann erkämpfen kann. Es ist ja sogar so, dass Parteien wie Syriza oder Podemos viel beigetragen haben, gerade zu einer Entmobilisierung der Massen, also gerade dadurch, dass halt, also es war ja in Südeuropa während dieser ganzen Krisenproteste, da gab es ja massive Bewegungen auf den Straßen und Streiks und so weiter und auch eine Stimmung, die quasi auch das kapitalistische System zumindest in Ansätzen auch generell in Frage gestellt hat und dann kam eben diese Wahlversprechen, dass man eben wieder eine neue Partei wählen soll und dass die dann alles richtet und das hat auch dazu geführt, dass dann Basisaktivistinnen und Aktivisten quasi wieder in diese Parteien und ihre Strukturen integriert wurden und als dann Syriza zum Beispiel genau die gleichen Verschlechterungen und Sparmaßnahmen durchgeführt hat, die es eben in der Regierung vorher auch schon gab, dann gab es aber nicht mehr den entsprechenden heftigen Protest auf den Straßen und dadurch haben die Parteien eigentlich sogar dafür gesorgt, quasi Protest zu neutralisieren. Deswegen glaube ich auch nicht, dass jetzt ausgerechnet das BSW da mehr erreichen können wird. Vor allem finde ich das auch sehr bezeichnend, wie du das jetzt dargelegt hast, weil das ist auch so ein bisschen was, was ich bei ihr rausgezogen habe. Sie redet sehr viel darüber, warum jetzt linke Parteien eben in bestimmten Milieus nicht mehr ankommen. Also eigentlich, warum wir jetzt keine gute Sozialpolitik durchsetzen können, liegt daran, dass es müsste man ja eigentlich daraus ziehen, dass die Leute auch einfach das Falsche jetzt wählen. Sie wählen nicht mehr sozialistische oder in manchen Ländern dann traditionell kommunistische Parteien, weil eben diese sich von ihrer Wählerbasis entfremdet haben, wobei man dazu sagen muss, das hat ja auch einfach was mit einer realen Zersplitterung der Arbeiterklasse in Europa zu tun und mit ganz vielen Umwürfen in Gewerkschaftspolitik, Wohnungsbau und so. Aber das muss man ja wirklich daraus ziehen. Es geht darum, das Problem ist, dass die Leute nicht das Richtige gewählt haben, aber das ist ja noch keine Sozialpolitik. Das sind ja noch keine wirklich konkreten Forderungen, wo man sagen kann, da wird das jetzt wirklich dann anders gemacht. So, das sind vielleicht dann noch so ein vages Versprechen, aber das ist ja wirklich einfach erstmal nur eine Feststellung von, diese Leute wählen jetzt anders als zuvor, aber da steckt ja jetzt auch wieder eigentlich nicht viel hinter. Also zum einen, also Wagenknecht thematisiert selbst auch diese Veränderungen der Bevölkerungsstruktur, also dass es diese klassischen Arbeitermilieus zum Beispiel so nicht mehr gibt und das also durch Präkarisierung und durch Zerschlagung großer Fabriken und so weiter, dass sich da auch einiges geändert hat und dass das auch ein Stück weit erklärt, diese Veränderungen in der Parteienlandschaft. Da, finde ich, zeigt sich auch noch so ihre alte marxistische Schulung, die sie genossen hat, dass sie also quasi ideologische Veränderungen auch versucht zurückzuführen auf gesellschaftliche Umwälzungen. Und ich denke, dass sie das Problem tatsächlich nicht so sehr im Wahlverhalten sieht, sondern auf der Angebotsseite quasi, also dass sozusagen die politischen Parteien nicht mehr so sind, wie die Unterschichten es gerne hätten. Und also die SPD ist nicht mehr so, wie sie halt war und die Linkspartei ist auch nicht mehr so, wie sie es war. Und die Leute wählen deswegen jetzt zum Beispiel die AfD. Aber das ist jetzt nicht das Problem, dass die Leute angefangen haben, anders zu wählen. Und das Problem ist eher, dass sich quasi die die linken Parteien gewandelt haben und dass die sich jetzt wieder, wenn man so will, zurück wandeln müssten, ist sozusagen ihre Analyse. Und sie unterfüttert das dann auch damit, dass sie sagt, also wenn jetzt linke Außenseiter, wie dieser Corbyn oder Sanders zum Beispiel, oder auch dieser Mellegrin in Frankreich, also tatsächlich wieder so ein klassisch links sozialdemokratisches Programm anbieten, dass sie dann auch bei den Wählern ankommen und durchaus auch mehr Stimmen einfahren als diese neoliberalen SPD und anderen sozialdemokratischen Parteien. Ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz denke ich, dass auch das nicht wirklich zu einem Erfolg führen wird, weil das einfach in diesem Korsett der Wahlpolitik und des Parlamentarismus verbleibt. Ja, mehr noch als nur, dass es darin verbleibt. Es ist ja immer wieder das gleiche Mantra von der Erneuerung dieses parlamentarischen Systems. Immer wieder vom Gleichen. Also das ist ja das Ding, was du mit Syriza beschrieben hast. Es hat ja zu einer Frischkur für dieses System geführt. Es hat die Leute von der Straße weggebracht. Es hat dazu geführt, dass es weniger Kämpfe gegen die gleiche Politik, die vorher auch gemacht wurde, nur unter neuem Gewand. Und es hat halt für Jahrzehnte jetzt dieses System aktiv gestärkt. Und das ist eben genau das, was wir immer sagen, warum wir immer sagen und warum wir so scharf gegen jedwede parlamentarische Illusion ankämpfen und auch immer ankämpfen werden, egal wie toll das auch am Anfang erstmal sein mag oder sich darstellen mag. Und beim BSW tut es ja das ja noch nicht mal, aber es wäre ja sogar vorstellbar, dass es irgendeine Form von Partei jetzt aufkommt, die fast genau das vertritt, was wir denken und was wir sagen und die auch dann mit eingehegt von irgendwelchen Basisbewegungen, von der Straße, die Politik sozusagen in die Parlamente bringen will. Das ist ja BSW nicht annähernd. Noch nicht mal das ist es ja. Aber dann würden wir ja noch schärfer im Prinzip gegen diese Partei vorgehen und argumentieren, weil wir eben genau das immer wieder sehen, dass es eine Illusion ist, die nur dazu führt, dass die Klasse, die mit der herrschenden Politik unzufrieden ist, die mit dem System unzufrieden ist, in dieses System wieder eingehegt wird und wieder Hoffnung in den Parlamentarismus schürt. Und genau das ist das Gegenteil von dem, was wir erreichen. Wir müssen eben diesen Zwietracht, der in der Klasse mit dem System existiert, noch weiter verschärfen, noch weiter zuspitzen. Und nicht das Gegenteil, dass man das wieder probiert, irgendwie, ach ja, wir müssen den Sozialstaat wieder stark machen, wir müssen wieder zurück in die glorreichen 80er oder was, wo noch alles tutti-frutti war. Ja, das führt uns zu nichts. Und was uns auch zu nichts führt, ist eine Abschottungs- Migrationspolitik, wie sie von BSW und Wagenknecht ja propagiert wird, in Zeiten der sich zuspitzenden Krisen, wo einfach immer mehr Menschen nach Deutschland kommen. Und das ist einfach eine logische Folge dieses Systems ist. Und deswegen wollen wir noch mal genauer auf das Thema eingehen, was ja vor allen Dingen in der Linken auch primär diskutiert und kritisiert wird, was für uns, wie sich das her jetzt schon dargestellt hat, nur ein Kritikpunkt von vielen noch ist. Ja, also Thema Migration ist tatsächlich ein wichtiges, was man jetzt nicht aussparen kann, wenn man über BSW redet. Und auch da ist es wieder so, würde ich sagen, dass da reale Probleme angesprochen werden von Sarah Wagenknecht, die tatsächlich irgendwie gesellschaftlich bearbeitet werden müssen. Also es stimmt, dass Migration zu einer Überlastung von Infrastruktur führen kann. Also vor allem dann, wenn die eh schon kaputt gespart und barode ist. Also sei es jetzt Schulen oder sei es Schwimmbäder. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, im letzten Sommer war irgendwann so der große Sommerloch-Hype, dass es so viele Schlägereien in den Schwimmbädern geben sollte. Und das wurde dann auch auf die Migranten zurückgeführt und so weiter. Ich denke mal, das stimmt, dass das oft migrantische Jugendliche waren, die sich da geprügelt haben. Aber es liegt halt auch einfach daran, dass diese Schwimmbäder total überfüllt sind und weil halt in den letzten Jahren viele Schwimmbäder zugemacht haben und wenn man sich da irgendwie da fast irgendwie, also kein Platz mehr für sein Handtuch findet und so weiter, dann ist es auch klar, dass das zu Konflikten führen wird. Es ist auch richtig, dass sich diese Konflikte dann sozusagen vermehren in Stadtvierteln, wo eh schon soziale Not herrscht und wo eh schon die Ärmsten der Armen wohnen und das sind ja dann auch immer die Stadtviertel, wo halt die neuen Migranten dann auch ankommen. Es stimmt auch, dass es jetzt für die Mieten und auch für die Löhne auch das unter Druck setzen kann, wenn jetzt halt zum Beispiel neue Leute aus dem Ausland einwandern, die dann halt auch darauf angewiesen sind, die schlecht bezahltesten Jobs anzunehmen und es werden ja auch von Wagenknecht so Probleme wie sogenanntes Brain Drain angesprochen, dass also jetzt die reicheren Länder quasi durch Migration sich die wenigen gut ausgebildeten, zum Beispiel Ärztinnen oder so aus ärmeren Ländern quasi anwerben und die dann dort erst recht fehlen und das aber hierzulande zum Beispiel dann an der Ausbildung von Fachkräften gespart wird und stattdessen man versucht, die Leute aus dem Ausland zu holen. Und es stimmt auch, dass sowas wie Ghetto-Bildung ein Problem ist, dass sich also in bestimmten Stadtvierteln dann die Menschen mit Migrationshintergrund sammeln und anderswo eben da die urdeutsche Bevölkerung eben nur lebt und das ist tatsächlich, ich bin ja selber Lehrer einer Schule, wo 95 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund haben und das ist klar, dass die größte sprachliche Probleme haben und auf der anderen Seite gibt es in der Stadt Gymnasien oder Schulen, wo es halt genau umgekehrt ist und wo kaum migrantische Kinder sind und natürlich wäre da eine Durchmischung sinnvoll und also es ist gerade für die Kinder, die halt in den Migrantenghettos in Anführungszeichen dann zur Schule gehen, ist das halt ein sehr großes Problem, wenn die Hälfte der Klasse die Sprache nicht richtig kann, dann ist man in den ersten zwei Jahren in der Grundschule nur beschäftigt irgendwie halt Deutschkenntnisse zu vermitteln und alle anderen Sachen bleiben außen vor und da leiden natürlich diese Kinder enorm drunter, weil ihre Bildungschancen halt verschlechtert werden und natürlich müsste man da irgendwie Wege finden, so was aufzulösen und eine stärkere Durchmischung zu schaffen, aber es ist halt auch hier wieder so, dass die Vorschläge, die jetzt von BSW kommen, da sehr problematisch sind und bei dem Thema halt besonders problematisch, diese Forderung nach Grenzschließungen und Stopp von Migration eben genau diese Logik der Spaltung der lohnabhängigen Klasse letztendlich befördert. Ja, das ist was, das ist was, dem müssen wir also klar widersprechen. Also die richtige Lösung wäre eben, dass sich die Menschen, egal ob sie jetzt Einheimische oder Zugewanderte sind, halt gemeinsam von unten zusammentun und sich eben einsetzen für bessere Bedingungen, zum Beispiel für eine bessere soziale Infrastruktur und für bessere Löhne und so weiter und dass man sich eben da nicht gegeneinander ausspielen lässt. Ja, von der politischen Rechten, aber auch von BSW und so werden ja oft diese Negativbeispiele und diese ganze, das was du ja auch beschrieben hast, die ganzen Probleme, die dadurch existieren und das dann halt auch von der politischen Rechten speziell immer aufgemacht, ja wie viele gibt es, die halt hier kriminell geworden sind und die dann nicht abgeschoben werden und so weiter und so fort. Ich bin gestern einfach in der Kundgebung in Dortmund über den Weg gelaufen, wo ein Mensch nach Tatschikistan abgeschoben wurde, der 13, 14 Jahre in Deutschland gewohnt hat und hier auch immer noch Kinder und seine Frau hat und in Anführungsstrichen sehr gut integriert war, nur es dann anscheinend an einem fehlenden Aufenthaltszettel trotzdem gemangelt hat. Das sind halt die Schicksale, die dann nicht beschrieben werden von diesen Leuten, die eben nicht aufgezeigt werden und wo dann einfach diese Absurdität von dieser extrem starke Druck und dieser extrem starke Repression gegen nicht einheimische Menschen sich noch verschärfen würde mit solcher Politik und die vielen, vielen Schicksale, die darunter leiden, noch verschlimmern würde und das in der Situation, wo wir ja so häufig darüber geredet haben, dass der deutsche Staat einfach für seinen Standort diese Migranten braucht. Er braucht sie, um fortzudauern, weil wir einfach eine demografische Entwicklung haben, wo es an Arbeitskräften fehlt, die vor allen Dingen die beschissenen Jobs machen, worauf die Deutschen halt keinen Bock mehr haben. Es braucht halt Leute, damit wir unseren lecker Spargel auf dem Tisch haben und unsere Lieferando fressen halt bekommen können, die halt diesen Dreck halt machen, den halt niemand machen will, wofür man scheiße bezahlt wird, wo man ausgebaut wird ohne Ende. Und es braucht halt auch diese Fachkräfte, die halt dieses Bildungssystem, was marode ist, nicht mehr in der Lage ist, genügend halt zu generieren aus der bisher einheimischen Bevölkerung. Und deswegen ist auch diese gesamte Politik der Abschottung ist halt komplett irrsinnig, weil es einfach nur keine Alternative zu dem Zustand darstellt, den wir jetzt gerade haben, weil es halt zu einer massiven Verelendung führen würde, gerade wenn man dann noch über eine größere Rückführung von hier bis bereits seit Jahren lebenden Menschen denkt, wie es ja gerade in den Irrenplänen der AfD, der Werteunion und Naziverbünde der Fall ist. Absolut richtig, da könnt ihr auch gerne nochmal in unsere Folge zu Volk und Demografie reinhören, da haben wir den ganzen Punkt auch nochmal ausgiebiger besprochen, aber es ist ja auch gleichzeitig so, wie du Alfred gesagt hast, dass dann diese ganzen Problematiken vor allem eben in den armen Vierteln und Regionen besonders stark sichtbar werden, dass es gerade da dann ist, wo auch die Problematik Migration, Kriminalitätsanstieg, fehlende Arbeitserlaubnisse, schlechter sozialer Status etc. eben zu dem führen, was dann immer als soziale Brennpunkte bezeichnet wird und das ist es ja dann auch, was entweder die Regionen sind, wo dann die Leute als einen Ausweg dann rechtspopulistisch wählen oder was dann als Beispiel für andere Leute in anderen Regionen gilt, um dann rechtspopulistisch zu wählen und das ist ja dann auch das, wo eben dann BSW versucht, in einem auch sozialdemokratischen Kosmos, wenn man so will, weil so würde ich jetzt sagen, von all dem, was ich jetzt mit Wirtschafts- und Sozialpolitik gehört habe, kann man das schon ungefähr so einordnen, versucht dann auch ein gewisses Novum zu schaffen, um da dann auch wieder zu sagen, hier möchte ich reingehen, mit gleichzeitig natürlich Forderungen von Sozialpolitik, aber das gleiche bedienen, was die AfD tut, nur ohne dieses ganze neoliberale Korsett, was das dann zusammenhält und das ist es ja auch eigentlich im Kern, ich würde sagen, Friedenspolitik, auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal jetzt hier im bundesdeutschen Kosmos, abgesehen von der AfD, aber sonst ist es ja auch gerade die Migrationspolitik und das ist, glaube ich, das, was für viele Leute auch Sarah Wagenknecht so ein bisschen ausmacht, neben diesem ganzen, ich bin gegen die Elite, ich bin gegen das Establishment, ist es auch, das ist die Linke, das ist die Linke, die Migration beschränken will, dieses Problem, jetzt mal aus der Sicht von vielen Leuten gesprochen, was uns jeden Tag so vor Augen geführt wird und deswegen wird sie dann auch wieder für dieses Milieu interessant. Also zum einen, finde ich, zeigt sich da auch wieder diese Herangehensweise, dass der Staat quasi Probleme lösen soll und nicht die Menschen von unten, weil da ist es ja klar, dass wenn man so eine Sichtweise hat, dass dann nur der Staat, dass man dann letztendlich nur darauf kommen kann, die Grenzen dicht zu machen und es ist tatsächlich auch so, dass das, was ich jetzt gesagt habe, Menschen mit und ohne Immigrationshintergrund müssen nicht zusammentun und gemeinsam für ihre Interessen kämpfen und so, das ist ja auch leicht gesagt, also in der Praxis ist das oft jetzt gar nicht so einfach, dass man solche Bündnisse schließt und es gibt Sprachbarrieren, kulturelle Barrieren und es gibt ja auch reale Interessensunterschiede, dass jetzt jemand, der neu eingewandert ist und hier für einen Job vielleicht das Fünffache verdient, was er jetzt in seinem Herkunftsland bekommen hätte, jetzt vielleicht auch, obwohl er jetzt quasi ein Lohndrücker ist für andere Leute, die schon länger hier leben, dann erst mal das ganz okay findet und deswegen ist es vielleicht gar nicht so leicht ist, dann da eine Einheit der Klasse herzustellen, das ist ja alles schon wahr, aber wenn man das gar nicht erst versucht und diese Perspektive gar nicht hat, dann ja, zeigt das eben schon, dass man in so einer staatlichen Logik nur denkt und eben nicht in einer internationalistischen Klassenlogik. Ich glaube, das ist aber auch einfach wieder ein Zeichen dafür, dass es uns an vielen Punkten eben an Strategien um auch so kontroverse Punkte fehlt, weil es ist natürlich so, wir sagen richtigerweise so Bewegungsfreiheit für alle, offene Grenzen, die Leute, die aus furchtbaren Verhältnissen migrieren müssen, ich sage jetzt explizit migrieren, nicht nur flüchten, weil es wird ja gerne gegeneinander ausgespielt, die sollen auch unsere vollste Unterstützung bekommen und hier in Deutschland oder was auch immer für ein Ziel an sie sich dann auswählen auch ankommen, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass diese ganzen Sachen, die bei dem Thema Migration dann eigentlich mit besprochen werden, auch von der Linken, wie du gesagt hast, nicht wirklich gut behandelt wird. Gewerkschaftlicher Kampf mit migrantischen Arbeitskräften, wie häufig wird das denn gemacht, wirklich eine Nachbarschaftsarbeit, die auch versucht, alle Leute im Viertel zu erreichen und nicht einfach nur wieder Klientelpolitik für das linksbürgerliche Milieu, was es vor Ort gibt, zu machen, aber auch so Fragen wie Sicherheit, das ist ja auch das, was ganz stark bei Migrationsdebatten mitschwingt für viele Leute, das ist ja auch was, wo wir als radikale Linke nicht wirklich gute Antworten haben. Es gibt ganz zarte Pflänzchen, dass man vielleicht mal über sowas wie Transformative Justice spricht oder wir alle im Viertel sollen irgendwie die Augen aufhalten, aber nicht mehr die Polizei rufen, aber es gibt ja nicht wirklich, wie man das vielleicht jetzt aus revolutionären Schwarzbewegungen wie den USA kennt, dass man wirklich sagt, wir müssen irgendwie irgendwas tatsächlich organisieren in die Richtung von Nachbarschaftswachen, wir wollen irgendwie wirklich die Sicherheit auch in unserem Viertel gewährleisten und nicht nur Kritik üben und auch solche Sachen wie im Endeffekt Kulturkampf fragen, dass islamischer Fundamentalismus, ethnischer Nationalismus aus Diaspora-Gemeinden immer stärker zunimmt. Da haben wir als radikale Linke auch keine Antwort. Und solange wir diese Themen nicht aufnehmen, werden es ja genau solche Kräfte wie das BSW sein, die dann irgendwann einfach sagen, okay, man muss auch aus einer linken Perspektive dann sagen können, ja, dann halt migrationspolitische Begrenzung von Migration, weil wir sehen ja sonst nichts. Und deswegen finde ich es ganz wichtig in diesem Punkt, dass wir auch irgendwann mal sagen, so, wir müssen jetzt mal aufdröseln. Was sind die Fragen für die Gesellschaft, die daraus entstehen? Und wie können wir auch tatsächliche Strategien für diese einzelnen Punkte finden? Ja, also auf jeden Fall ganz wichtig, was du ansprichst, Joshua, weil wie so oft haben wir hier wieder ein Thema identifiziert, wo es einfach an einer sehr, sehr tiefgreifenden strategischen Entwicklung von der radikalen Linken fehlt. Was ich noch wichtig finde, dazu ergänzen ist, dass eben diese zarten Pflänzchen, die es dann aber trotzdem ja gibt, gerade bei dem Thema gibt es ja auch speziell, was so Geflüchtetenhilfe eben angeht, einiges aus der Linken, dass die eben noch zusätzlich durch diese Verschärfung der Migrationsrhetorik und dieser Grenzthematik und alles, was auch BSW befeuert, weiter noch zertreten werden. Eben in dem Beispiel, was ich gerade aufgeführt habe auf dieser Kundgebung, waren mehrheitlich Deutsche, die einfach Freunde von dieser Familie sind, die einfach seit Jahren befreundet waren mit diesen Menschen und jetzt einfach halt übel, traurig und wütend sind, dass der halt weg ist und halt irgendwo in Tajikistan halt gefoltert wird als Oppositioneller. So was für ein Abfuck und wenn sich das halt durchsetzt, so eine Politik, dann erschwert das natürlich auch für uns, eine revolutionäre internationalistischen Kampf von unten, wo wir uns zusammen verbinden, weil, ja gut, die Leute sind halt dann ständig bedroht, halt irgendwie aus dem Land geschickt zu werden, wenn wir gerade anfangen, Verbindungen zu schaffen und das ist ja auch eine Realität, die damit noch draufkommt als Ergänzung. Ja und ich denke, man muss die, das BSW da schon auch nochmal stärker kritisieren als an anderen Punkten, weil die belassen es ja auch nicht dabei, jetzt bestimmte mit Migration einhergehende Probleme zu benennen, wie jetzt sagen wir mal den Islamismus, den du auch schon angesprochen hast, Joshua, sondern dann halt, also gerade Wagenknecht in ihren Interviews und in ihren Fernsehauftritten bedient sich oft auch so einer nationalistischen Rhetorik, dass sie dann zum Beispiel nicht sagt, Islamismus ist ein Problem, weil das irgendwie eine patriarchalische und freiheitsfeindliche Ideologie ist, sondern dass sie einfach sagt, ja Islamisten passen nicht in unser Land, sowas wollen wir hier nicht haben und das ist ja klar, dass ja bestärkt genau solche Vorurteile, Ressentiments und so weiter, die es eh schon gibt und die quasi unsere Befreiungsperspektive da auch direkt zuwiderlaufen und deswegen muss man da wirklich sehr klar widersprechen und sagen, das ist jetzt nicht nur ein irgendwie reformistischer Weg, der halt unrealistisch ist, sondern es ist tatsächlich was, was unserem Projekt schadet und widerspricht. Kann man also sagen, um uns zum letzten Punkt von unserer Folge heute zu bringen, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht einfach nur diese Wiederherstellung des Meinungspluralismus vor sich her trägt, um dann auch wieder sagen zu können, Ausländer raus, so wie es die relevante Teile der Linken als Kritik an WSB formuliert. Das ist gut zu überlegen, was ich darauf antworte. Also das ist jetzt natürlich sehr zugespitzt formuliert und ich glaube, darauf kann man es nicht reduzieren. Also erstens sagen sie nicht Ausländer raus, also es ist jetzt auch nicht so. Also ich würde, ich würde auch letztendlich nicht sagen, dass jetzt Wagenknecht oder die Leute um sie herum, dass sie Rassisten sind. Also ich glaube, sie bedienen sich eben einer nationalistischen Rhetorik aus populistischen Gründen, haben auch in ihrer ganzen auf den Staat fixierten Politik eben eine nationalistische Logik, aber sie sind jetzt nicht plumpe Rassisten wie die AfD oder sowas. Und dann denke ich, ist, dass dieses, diese Wiederherstellung des Meinungspluralismus, das ist um fast ja mehrere Aspekte. Also klar, bei diesem Migrationsthema, da wäre es mir auch manchmal lieber, sie würde ein bisschen den Mund halten, die Wagenknecht oder so, oder nicht so viel dazu sagen. Aber zum einen ist es ja jetzt auch nichts irgendwie, was sie da tabubrecherisch in eine Debatte hineinträgt, sondern es ist ja so, dass eigentlich in der kompletten politischen Landschaft zurzeit eben eine Verschärfung des Migrationskurses stattfindet und auch unser Kanzler Scholz eben sagt, wir müssen jetzt endlich im großen Stil abschieben oder sowas. Also ich glaube gar nicht, dass sie die Debatte so sehr nach rechts verschiebt oder was. Und zum anderen ist es bei anderen Themen, finde ich, schon auch noch mal ein bisschen anders. Also jetzt als Wagenknecht im Bundestag ihre Rede zum Ukraine-Krieg gehalten hat, da dachte ich ja, okay, ich bin schon froh, dass jemand sowas auch von der großen Öffentlichkeit sagt und da eine Kritik übt und bestimmten ansonsten Einheitsmeinungen widerspricht und halt nicht von der AfD kommt. Und ich denke, dass jetzt an solch anderen Punkten das schon auch tatsächlich ein bisschen dazu führt, dass eben diese Polarisierung aufgebrochen wird und sozusagen auch eher zu so einer multipolaren Ordnung des Diskurses vielleicht kommt. Wie viel uns das jetzt nützt oder schadet, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also bei der Migration, wie gesagt, ist es vielleicht nicht so sehr von Nutzen, aber bei anderen Themen vielleicht schon. Aber letztendlich, denke ich, kommt es darauf auch gar nicht so sehr an. Ja, man sollte jetzt, glaube ich, dieses ganze Projekt Bündnis Sarah Wagenknecht auch gar nicht so hochhalten und vielleicht nicht überschätzen, weil ja, ob daraus überhaupt so viel folgt, ist ja sowieso auch noch offen. Also ich habe jetzt auch gedacht, z.B. fand das ganz bezeichnend. Die haben sich ja jetzt offiziell als Partei gegründet am 8. Januar und das war der Tag, als eben der Auftakt dieser großen Bauernproteste war. Und eigentlich versteht sich ja das BSW als so eine populistische Partei, die quasi den Volkszorn irgendwie aufgreifen möchte. Und auch jetzt dieses Milieu aus kleinen Unternehmern und teilweise Lohnabhängigen ist eigentlich genau diese populäre Klasse, die sie als Zielgruppe auserkoren hat. Und eigentlich wäre es doch da nahegelegen, liegend gewesen zu sagen, okay, wir verschieben unsere Pressekonferenz oder wir gehen jetzt da zu dem Protest, mischen uns unter die Menge oder machen unsere Pressekonferenz meinetwegen vor der Kulisse irgendwelcher protestierenden Bauern oder was, um sozusagen Volksnähe zu zeigen. Aber das haben die überhaupt nicht gemacht und sind noch nicht mal auf die Idee gekommen und haben einfach stumpf ihr Programm durchgezogen, weil sie es halt vorher schon geplant hatten und das eben schon ihr Termin war. Und das zeigt, dass sie jetzt vielleicht so volkstümlich dann doch wieder nicht sind. Und das Wagenknecht ist im Endeffekt doch einfach halt eine Intellektuelle, die dann relativ volksfern ist, trotz aller anderslautenden Rhetorik oder Kritik an anderen Politikern. Und deswegen, also ich denke, BSW ist jetzt nicht Syriza und es ist nicht so, dass sie sozusagen auf breiter Front irgendwelche Volksmassen und sozialen Kämpfe kanalisieren und zurück ins parlamentarische Feld führen werden, sondern vielleicht ist es auch einfach ein Rohrkrepierer, aus dem gar nicht viel folgt. Aber ich meine, dazu passt ja auch eigentlich diese Forderung nach einer Rückkehr, Wiederherstellung von Meinungspluralismus wirklich sehr gut, weil das fasst ja auch im Endeffekt dieses Moment auf, dass jetzt im Zuge von Corona-Krise, von Ukraine-Krieg immer wieder gesagt wurde, dass es alternativlos, so wie jetzt Politik gemacht wird. Da ist ja auch wirklich so ein Bündnis Sarah Wagenknecht auch wieder was, was einfach nur ähnlich wie die AfD diese Sachen aufgreifen kann und sagen kann, nee, für uns ist das nicht alternativlos, wir müssen wieder dahin zurückkehren, dass wie über andere Fragen wieder offen diskutiert werden kann. Und da habe ich dann auch wieder das Gefühl, das sind zwar wichtige Punkte, die angesprochen werden, wo wir auch viel Kritik dran geübt haben, wie da eigentlich die Debatte sich auch bei uns in der radikalen Linken sehr zugespitzt hat, dass im Endeffekt nur die Regierungsposition getragen wurde, dass es wirklich auch übernommen wurde, dass das alternativlos ist. Aber wie wenig eigentlich auch innovativ und wie wenig grenzüberschreitend das dann trotzdem in so vielen anderen Fragen ist, weil für mich wäre wirklich Meinungspluralismus oder da wirklich wieder mehr reingehen, auch in ganz andere ökonomische Formen nachdenken, wirklich sozialrevolutionäre Positionen vertreten, wirklich mal ganz knallharte und radikale Forderungen im Thema Umweltschutz, aber auch Internationalismus zu formulieren. Da finde ich es dann auch so traurig, wieder daran zurückzudenken, was ich so ein bisschen im Intro beschrieben habe, dass ich dann auch 2010, können auch reden von 2009 oder 2008 gewesen sein, dann von dir aus dem Bundestag von auch einer Politikerin gehört habe, die recht radikale Forderung formuliert hat. Und wenn ich es mir dann so durchgelesen habe, tatsächlich immer noch, auch wenn ich sicherlich heute aus einer anarchistischen Perspektive das ganz furchtbar finde, aber tatsächlich ja im Endeffekt eine sozialistische Wirtschaft formuliert hat, eine andere Wirtschaft, anders als dieses konkurrenzbasierte System. Und wo wir jetzt angekommen sind, dass das Einzige, wo man dann eigentlich noch von träumen kann, wenn man von Meinungspluralismus spricht, das ist, dass jetzt in zwei großen Krisen man andere Positionen als die Regierungsparteien vertritt. Ja, aber das zeigt uns ja auch erneut, dass auch das Bündnis Sarah Wagenknecht keine Alternative wirklich darstellt und dass diese Alternative auch generell niemals zu finden ist in dem parlamentarischen System, wie wir das auch, denke ich, sehr gut dargestellt haben. Was es uns aber auch zeigt, ist, dass das ganze Bohe, was um diese Partei gemacht wird, von den bürgerlichen Parteien über die AfD bis hin zur Linkspartei und der radikalen Linken, dass jetzt da der große Satan oftmals an die Wand gemalt wird. Wow, was ist das halt für eine schlimme Geschichte, fast schon mit Nazi-Vergleichen, da um sich geschmissen wird wahlweise oder halt eben, dass sonst wie verteufelt wird, einfach nur ja Putin-Versteherin etc. pp. dass es viel, viel, viel weniger aufregend ist, als es eigentlich darüber medial berichtet wird. Klar, es gibt eine Erweiterung des Parteien-Spektrums in einem ganz begrenzten Rahmen, so wie wir es dargestellt haben, in einem systemimmanenten Rahmen eigentlich. Das zeigt halt einfach, wie darauf reagiert wird, dass die Kritik ja richtig ist, dass es diese Begrenzung des Meinshorizont gibt, weil es einfach übel unspektakulär ist, was da passiert. Am ehesten kann ich es noch aus der Linkspartei-Perspektive verstehen, dass die angefressen sind, weil die leiden halt einfach richtig krass darunter, weil halt einfach ihre beliebteste Politikerin sich verpisst und halt eben linke Grundwerte dort in Frage gestellt werden, wie jetzt halt mit der Migrationspolitik und die ja halt über viele Abgeordnete verloren haben. Klar sind die angefressen, klar sind die am Rumschreien, aber warum jetzt halt die radikale Linke sich so sehr darauf einschießen sollte, wie es einige ja vorhaben, dass man jetzt irgendwie immer gegen diese BSW vorgehen solle, dass man jetzt jede Wahlkampfveranstaltung von irgendwie Sarah Wagenknecht behindern soll und da jetzt alle Kapazitäten drauflegen, das ist absolut lächerlich, Leute. Macht euch bitte nicht lächerlich, warum man jetzt stärker gegen BSW kämpfen sollte, als gegen die CDU oder gegen die SPD oder gegen die AfD oder das macht einfach keinen Sinn. Oder die Grünen, ja klar, die habe ich vergessen, das stimmt. Das ist einfach die falsche Prioritätensetzung. Klar macht, kann es punktuell Sinn machen, auch mal gegen BSW vorzugehen, aber aktuell ist das Ganze eine bedeutungslose Veranstaltung, da haben wir wirklich Dringenderes zu tun, gerade sich auch auf uns zu konzentrieren, dass man wirklich mal einen vernünftigen revolutionären Aufbau hinmacht und sich jetzt noch nicht das nächste Fettnäpfchen sucht, woran man sich halt irgendwie abarbeiten kann. Aber das scheinbar auch wieder einfach der Stand der radikalen Linken 2024, dass sobald irgendwas Neues auftaucht, was sich auch den Massen anschickt und für sich beansprucht, Stimme des Volkes zu sein, für die kleinen Leute zu sprechen, dass man sich da dann besonders drauf stürzt. Das haben wir ja bei den Bauernprotesten so gesehen, das war bei der AfD natürlich ganz stark und hier haben wir es auch wieder, weil man da dann eigentlich auch die eigenen Versäumnisse besonders hart vor die Augen geführt bekommt. Weil es stimmt, wenn wir uns jetzt Wirtschaftspolitik, Migrationspolitik anschauen, dann ist das eigentlich nichts anderes als das, was beispielsweise die CDU fordern würde oder auch inzwischen sehr viele in der SPD, wenn wir uns die migrationspolitische Wende in Deutschland anschauen mit den Asylrechtsverschärfungen, auch von den Grünen. Das ist nicht viel anders, aber es ist halt einfach wieder die Angst davor, da sind Leute, die sich jetzt wirklich den Massen anschicken und das zeigt uns eigentlich, was für eine Scheiße wir jetzt die ganze Zeit gebaut haben. Ich glaube, deswegen schießt man sich auch wieder mal so darauf ein. Zum Ende wollte ich vielleicht noch einen Gedanken einbringen und zwar, dass die BSW ja gerne davon sprechen, dass sie eine Repräsentationslücke füllen wollen und dass sie quasi einen bestimmten Teil der Bevölkerung, der sich nicht mehr repräsentiert sieht, im System sozusagen eine Stimme geben wollen. Dafür würde ich sagen, muss unsere Antwort eigentlich sein, dass wir also diese Repräsentationslücke eben nicht schließen wollen, sondern dass wir sie nach Kräften unterstützen und vergrößern wollen, weil wir uns also darüber freuen, wenn Leute sich nicht repräsentiert sehen in diesem System, aber eben nicht, weil wir möchten, dass möglichst viele Leute dann irgendwie atomisiert und passiv zu Hause sitzen, anstatt zur Wahl zu gehen, sondern ob sie wählen gehen oder nicht, ist relativ egal, aber dass sie sich eben selber darum kümmern, sich zu organisieren und irgendwie zu sagen, wir wollen gar keine Repräsentation und brauchen die auch nicht, weil wir einfach selber für unsere Interessen einstehen. Das zeigt, glaube ich, nochmal deutlich auf den Punkt gebracht, was eigentlich der Unterschied zwischen unserer Perspektive und der von BSW ist. Ja, in dem Sinne einen großen Dank an dich, dass du das dritte Mal jetzt bei uns im Über-Tage-Podcast warst. Es war wieder ein Genuss, auf diese neue gesellschaftliche Entwicklung mit dir zusammen einzugehen und ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen heute und in dem Sinne, macht's gut, Glück auf und auf bald. Ja, vielen lieben Dank, Glück auf. Glück auf. Nicht so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social-Media-Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über Paypal oder werdet zum Über-Tage-Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Das nächste Mal bei Über-Tage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.